Nämlich, ja genau, die Hunde des Schäfers. Man muss sich ja dann natürlich auch ein bisschen immer mit diesen Begriffen ja auch mal auseinandersetzen. Es ist immer so ein bisschen schade, wenn die Leute kommen und sagen, ja, ich habe einen Hütehund. Ja, weißt du denn auch überhaupt, welche Art eines Hütehundes hast du denn? Es gibt ja da eben ganz unterschiedliche Sparten, die die Hunde ja quasi absolvieren sollen. Und die Hunde des Schäfers, ja, das sind alle eigentlich. Also wir sagen Schäferhund, im slawischen Sprachraum sagt man dann eben oft Charka. Die Engländer sagen Sheepdog oder Shepard. Und alles bedeutet im Endeffekt zum Schäfer gehörig oder halt eben der Hund des Schäfers. Und ja, die Aufgabengebiete, die sind halt sehr, sehr, sehr unterschiedlich. In Osteuropa, also eher die Herdenschutzhunde, die sind eben zum Schutz und Melden gegen Beutegreifer, Diebe. Den Hunden ist es auch ziemlich egal. Also wenn ich mir auch meine drei Herdenschutzhunde anschaue, ob jetzt das Schaf flüchtet, das ist denen Wurscht. Aber es kommt halt zumindest kein Wolf zu uns ins Grundstück rein oder ein Dieb oder sowas. Und da fängt es ja schon an mit diesem Hütehund. Weil viele, viele mit Herdenschutzhunden auch kommen und sagen, ja, ich habe einen Hütehund. Und dann steht ein riesengroßes, wuscheliges Tier vor mir. Sag ich, nee, du meinst jetzt ein Herdenschutzhund. Ja, ist ja so ein Hütehund. Nee, Herdenschutzhund ist schon das, was jetzt auch der Name sagt. Er ist eben zum Schutz da. Dem, wie gesagt, ist es egal, ob 20 Schafe nach rechts, 20 Schafe nach links und 20 Schafe geradeaus laufen. Der beschützt. Ach so. Und was heißt das jetzt? Ja, dass er wahrscheinlich halt sehr territorial sein wird. Ach ja, genau, da kommt der Nachbar nicht ins Haus rein. Genau, Großbritannien, die Hunde, die sind sehr weich, also sehr weich. Aber, genau, da kommen wir ja später noch. Sie haben natürlich auch diesbezüglich, weil sie so weich sind, auch ihre Probleme. Helfen da bei allen anstehenden Arbeiten auf den Schafsfarmen. Und in Deutschland und Teile Frankreichs, da waren die Hunde, ja, da sind die Hunde quasi, oder die Schäfer mit den Schafen Gassi gegangen. Er lacht jetzt bestimmt. Also ich habe mir das auch gedacht. Wir hatten einen Schäfer bei uns. Da durften wir auch regelmäßig zuschauen. Da durften wir auch mit den Hunden reingehen. Und der hat das doch mal gesagt. So, jetzt gehen wir mal Gassi mit den Schafen. Und ich so, hä, wie, wie, wie gehen, wieso, wieso sollen wir Gassi gehen mit den Schafen? Also das waren hier die Schafe von diesem Schäfer. Ja, und wie gesagt, dann sind wir einfach mal Gassi gegangen. Die Schafe sind quasi vorausgelaufen und haben immer wieder gefressen. Die Hunde sind hier an dem Feldweg auf und ab gelaufen. Haben halt geschaut, dass die Schafe dann nicht hier in den Bäumen reinlaufen. Hier war noch ein Damm. Das war hier an der Isar. Und da ist auch ein Hund gelaufen. Der hat dann geschaut, dass die Schafe nicht über den Damm gehen. Und dann sind wir da so entlang gewandert. So ungefähr drei Kilometer in die eine Richtung. Und dann sind wir stehen geblieben, drei Kilometer wieder zurück. Und dann war schon gerade so die allabendliche Gassi-Runde. Und dann hat er die Schafe eingepfercht. Und dann hat er sie halt eben für die Nacht zurecht gemacht. Und dann waren sie satt. Und das ist eigentlich der Begriff Hütehund ist nämlich Hütehaltung, nämlich diese landwirtschaftliche Arbeitsweise, die ich gerade erklärt habe, nämlich die Schafe tatsächlich satt zu bekommen. Die Schafe waren da auch überhaupt nicht panisch. Wie gesagt, die sind da mal zwei, drei Schritte gegangen, sind da wieder stehen geblieben, haben da so ein bisschen Gras mitgezupft. Und dann sind sie wieder weitergegangen und haben so gekaut, während sie gegangen sind, weil sie ja nicht in Panik waren. Ja, und dann sind sie wieder stehen geblieben. Dann sind manche an ihnen vorbeigegangen. Und so haben wir uns dann gesagt, so langsam diese drei Kilometer voran bewegt. Ganz langsam. Ja, hier und da war dann natürlich mal ein Schaf da, das dann schon mal rüber gespitzt hat zu den Bäumen und gesagt hat, die Blätter sind jetzt aber eigentlich viel, viel, viel interessanter und viel nährhafter als jetzt da der Löwenzahn und das Gras. Und es war auch wahnsinnig faszinierend, mit diesem Schäfer mitzugehen, weil der hat alle seine 600 Schafe gekannt. Und dann hat er gesagt, ja, ja, das ist die Uschi da hinten. Die ist ganz gemein, die geht immer weg und ja, dementsprechend haben halt dann die Hunde auch mal zugelangt und Uschi dann wieder in die Gruppe rein beordert, dass Uschi quasi da nicht rüber gelaufen ist zu den Bäumen. Also es war wahnsinnig ruhig, ist es wirklich abgegangen, außer, wie gesagt, irgendeiner hat mal gedacht, so über den Damm drüber, auf der anderen Seite ist bestimmt viel, viel schöner. Aber ja, diese Weidehaltung, die ganzjährig, auch das ist eben ganz wichtig, ganzjährig durch den Schäfer betreut wird. Viele Schäfer haben schon gar keine Hunde mehr, machen das dann tatsächlich mit so Salzlecksteinen. Die Schafe waren auch auf irgendwie so einen komischen Topf und so ein Geräusch von diesem Topf konditioniert. Wenn dann der Schäfer das geklopft hat, dann sind sie alle hergekommen, dann konnte er auch mal vorangehen und die Schafe sind ihm dann hinterhergelaufen. Also wahnsinnig interessant, wenn man das mal wirklich gesehen hat. Ganz interessant war aber auch seine Hunde, weil seine Hunde sehr, sehr, sehr sozial waren. Er hat halt gesagt, er braucht keine Hunde, die natürlich jetzt territorial sind oder die jetzt irgendwie angreifen, weil er eben an der Isar seine Schafe gehabt hat. Und ja, an der Isar, was ist denn da? Viele Hundebesitzer, viele Radfahrer, viele Jogger, viele Eltern mit Kindern. Und er konnte sich da eben gar nicht erlauben, mit seinen Hunden dort zu sein, wenn die jetzt ja territorial gewesen wären. Er hatte kontinentale Hütehunde auf der einen Seite, also die altdeutschen Hütehunde und er hatte aber auch zwei Border Collie. Er hat hauptsächlich mit den Altdeutschen gehütet. Also hier ist einer seiner altdeutschen Hütehunde. Und ja, die waren, die waren, die waren krass. Also die waren wahnsinnig selbstständig und die haben wirklich die Aufgabe auch selbstständig gemacht. War dann immer so ganz witzig, weil er wollte schon immer mit Kommando arbeiten, weil er gesagt hat, nee, also so die Hunde soll ihn quasi hinstupsen, wenn er mal wieder schläft. Oder wenn er sich mit uns unterhalten hat, dann sind seine Hunde gekommen und das war dann immer so nett. Dann haben sie sich immer vor ihm hingestellt und waren ganz nervös und haben so quasi mit dem Finger nach links gezeigt und haben gesagt, hey Uschi, Uschi geht schon wieder weg und Uschi geht schon wieder ins Maisfeld rein und so. Und er hat aber gesagt, er möchte keine Hunde, die das jetzt komplett selbstständig machen. Er hat dann irgendwie einen Pfiff gegeben und dann ist der Hund los und dann ist der Hund einmal rund um diese Schafherde, hat dann wieder mehr oder weniger alle auf die Wiese zurechtgewiesen und genau, und dann hat sich der Hund wieder irgendwo hingelegt. Und bis er dann wieder gemerkt hat, der Hund, da hinten möchte einer wieder strawanzen gehen, dann ist er wieder zu seinem Besitzer hingelaufen, ist vor ihm rumgesprungen, hat auch eben in diese Richtung dann geschaut. Und dann hat der Besitzer ihm dann wieder einen Pfiff gegeben. Er hat gesagt, er möchte das nicht selbstständig haben. Ich kenne aber auch viele Schäfer, die sagen, nö, ich will eigentlich den ganzen Tag nichts sagen. Das sollen die Hunde selber machen. Also wichtig auch für uns, wenn wir eben auch solche Hunde haben, solche Hunde übernehmen oder ganz wichtig auch Welpen von solchen Schäfern übernehmen. Ja, was hat er denn tatsächlich für ein Ziel gehabt? Was wollte denn dieser Mensch von seinen Hunden? Wollte er jetzt wirklich einen territorialen Hund, weil er vielleicht eher in der Pampa mit seinen Schafen war? Wollte er eher einen sehr sozialen Hund? Wollte er einen Hund, der selbst, also absolut selbstständig arbeitet oder wollte er eher einen, der nicht so selbstständig arbeitet? Und dementsprechend sind ja natürlich dann auch so ein bisschen die Nachkommen. Also da, wenn man mit den Gedanken spielt, sich einen altdeutschen Hüttehund zu holen, die momentan auch bei mir in der Hundeschule wirklich einen Boom haben, weil sie natürlich auch sehr gesund sind. Das sind sehr schöne Hunde, muss ich schon sagen. Aber ja, ist natürlich auch so eine Lebensaufgabe. Also, sie haben oft eine angeborene Flächenunterscheidung, die hilft dann auch beim Furchenlaufen. Furchenlaufen ist mehr oder weniger so ein unsichtbarer Zaun. Die Hunde sollen ja einen unsichtbaren Zaun für diese Schafe sein. Und ich sage ja, je nach Schäfer haben wir dann aber auch Schäfer, die möchten bewusst, dass die Hunde den ganzen Tag um die Schafe laufen und die Schafe quasi eingrenzen. Das wollte jetzt mein Schäfer nicht. Also ich bin da auch mal hingefahren und dann waren seine Hunde nicht da. Dann sage ich, wo sind denn deine Hunde? Ja, die liegen da gerade im Schatten irgendwo unterm Baum. Die Schafe waren auch recht müde, weil es eben sehr heiß war. Und dann sagt er, ja, kein Thema. Und wenn sie dann rauskommen sollen, dann pfeift er den halt und dann, ja, genau, dann sollen sie halt eben wieder diesen unsichtbaren Zaun um diese Schafe laufen. Das Problem ist aber, dass manche Hunde tatsächlich so eine gut angebrochene Flächenunterscheidung haben, dass manche Leute wirklich das Problem haben, zum Beispiel von einem Feldweg in eine Wiese reinzugehen, weil der Hund sagt, nee, da ist jetzt quasi hier die Grenze und da übergehe ich jetzt nicht drüber. Oder manche Hunde haben dann auch Problem, quer über eine Wiese zu gehen, weil sie sagen, nö, nö, nö. Also wir laufen da hier jetzt irgendwie einen unsichtbaren Zaun. Wie gesagt, diese Hunde arbeiten mehr oder weniger selbstständig hinter oder neben der Herde. Als wir eben Gassi gegangen sind, da waren sie dann neben der Herde, rechts und links. Da sind sie selbstständig auch die ganze Zeit vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück gelaufen. Also da musste er nichts sagen zu den Hunden. Ja, da könnt ihr euch dann natürlich auch vorstellen, ich sage, wir sind ungefähr drei Kilometer gegangen, was dann so ein Hund, wenn die Schafe drei Kilometer gehen, was dann so ein Hund auch am Tag abläuft. Wie gesagt, viele von diesen Hunden haben Verteidigung drin, sind sehr territorial, haben Mannschärfe, wie gesagt, es ist schäferabhängig. Flüchtende Schafe werden durch den Griff abgestraft, das habe ich auch gesehen, eben bei Uschi. Nachdem dann der Hund das dritte Mal am Uschi vorbeigelaufen ist und Uschi angebellt hatte, dann hat er richtig reingelangt, dann ist er wirklich in den Nacken rein, hat auch mal geschüttelt, hat dann Uschi am Boden hingeworfen und hat dann halt einfach der Uschi wirklich gesagt, so, jetzt habe ich dich dreimal vorgewarnt und am vierten Mal langt es mir jetzt und dann war Uschi zumindest die nächsten drei Stunden wieder nett und ist in der Gruppe drin geblieben. Bis er sich dann wieder gedacht hat, oh, da hinten ist aber was Schöneres. Wie gesagt, alldeutsche Hütehunde haben wir halt sehr viele mittlerweile bei uns im Unterricht. Auch manchmal ein bisschen das Problem, dass viele Leute sich die aus dem Tierschutz holen und dadurch, dass die ja nicht einheitlich sind, oft diese Hunde zum Beispiel als irgendwelche Schnauzer-Mischlinge oder verkauft werden oder vermittelt werden. Und ja, es sind aber tatsächlich reinrassige alldeutsche Hütehunde. Der deutsche Schäferhund, Bosserob, Ria, also da haben wir ja, wie gesagt, ganz, ganz, ganz viele von diesen kontinentalen Hütehunden. Wie gesagt, die altdeutschen Hütehunde, das hier war einer von meinen Schäfern, der hat Knecht und Räuber gehabt. Knecht war hier dieser schwarze Räuber. Nee, das sieht man jetzt nicht. Das war ein Tiger, also das war ein Grauer. Und war auch sehr interessant, hat einfach auch mal diese Hunde gemeinsam in der Arbeit zu sehen, wenn sie zum Beispiel im Schatten gelegen sind. Und der Schäfer hat gepfiffen. Knecht ist sofort rausgerannt. Der hat richtig Bock gehabt. Also man hat das gesehen, jo, und die Augen haben geglänzt, wenn er da wieder um die Schafe laufen durfte. Und der hat es quasi für sich gemacht. Der hatte richtig Bock, das fand er richtig toll. Ja, der Räuber kam dann so ein bisschen verspätet immer aus dem Schatten raus. So fünf Sekunden später hat sich dann wahrscheinlich immer gedacht, soll doch der andere einfach laufen, dann habe ich hier weniger zu tun. Ist dann schon raus. Und da hat aber dann auch der Schäfer gesagt, der macht es tatsächlich für ihn, also für den Schäfer. Und ich habe dann halt auch gefragt, ja, was das denn wäre, wenn sie alt wären? Dann sagt er ja, den einen, also der das eben für ihn, für den Schäfer macht, den könnte er jederzeit in Privathände geben, weil er einfach wirklich, ja, ich weiß jetzt nicht, ob es ihm Spaß macht, aber wie gesagt, so die Motivation hat er nicht. Ich sagte, also wenn der jetzt keine Schafe hätte, wäre er jetzt nicht unglücklich. Und der andere, der war knackig. Also da sagt er, den könnte er nie hergeben. Oder wenn jetzt er sich zum Beispiel irgendwie verletzt oder sowas, den könnte er, wie gesagt, nie hergeben, weil der Passion passioniert ist. Die altdeutschen Hütehunde, im Gegensatz zu den Border Collies, also ich sage ja, das ist halt immer so wichtig, nicht Hütehund ist Hütehund, die haben eben kein beuteorientiertes Verhalten. Die fixieren nicht, die schleichen nicht an. Die Hunde, ich meine, die Schafe sollen ja fressen. Also ihr seht ja auch, der sitzt hier total easy peasy gechillt und die Schafe fressen um ihn und auch wenn er hier geht, die sind auch sehr langsam zwischen den Schafen gegangen, die haben sich dann auch mal zwischen die Schafe hingelegt und dann sind sie mal wieder da durchgegangen in den Schatten, außer eben der Pfiff kam, dann sind sie einmal außenrum. Man sieht hier auf dem unteren Foto, wie gesagt, die Schafe, ja, die schauen ihn an, die knabbern aber weiter. Da ist nicht irgendwie Flucht, da war kein Stress von diesen Schafen drin. Er war aber auch nicht irgendwie so, oh, ich muss und sowas. Und ja, da war halt, er hat entschieden, die sind alle brav. Die sind alle, wo sie sein sollten. Dann muss ich da auch quasi jetzt nicht in irgendeiner Weise eingreifen, was wir ja auch bei den Border Collies meistens nicht haben. Der Border Collie versucht ja immer irgendwie zusammenzutreiben und hat ja oftmals seinen Fixierblick und immer auch dieses Anschleichen und ich sage vor allem diesen ganz, ganz, ganz harten Blick. Das hatte ich ja schon gesagt bei den Altdeutschen, die Selektion auf Ausdauer bis zu 100 Kilometer am Tag. Diese Hunde sind natürlich sehr hitzetolerant, weil sie während der Arbeit ja auch oft kein Wasser zur Verfügung hatten. Wenn ja jetzt irgendwo, bei uns war er dann auch im Dingolfingermus drin, ja, wenn jetzt mal das Wasser ausgegangen ist, oder es war irgendwie ein Schaden oder irgendwas, ja, dann gab es halt dann auch mal nichts, bis er wieder gefahren ist und dann neues Wasser geholt haben. Genau, das andere hatte ich ja schon gesagt. Ich sage ja, das Problem ist so ein bisschen dieses Uneinheitliche. Also, das hier war der Räuber. Ich sage ja, das war ein Tiger, der war struppig, der sah so ein bisschen vom Fell aus wie ein Schnauzer. Und der sah ganz anders aus. Der hat auch eine Stummelrute gehabt, der hat anderes Fell, der hat weicheres Fell gehabt, der war auch viel kleiner. Die Hunde können Stehohren haben, die können Schlappohren haben. Ich hatte auch mal einen Hund. Der sah hier vorne wirklich wie ein deutscher Schäferhund aus und hier hinten, ja, da war er irgendwie so völlig struppig, war auch ein Altdeutscher. Oder der Schafpudel, den wir hier unten haben. Also, schöne Hunde. Oder wir haben ja auch dann diese Gelbbacken, die so ein bisschen ausschauen wie ein Hoverwart, so schwarz. Und so, ja, was ist es? Ein Kupfer, braune Zeichnungen dann im Gesicht. Da habe ich jetzt aktuell auch zwei in der Hundeschule. Genau, also wie gesagt, alles erlaubt von Stummelrute über raues Fell, über Stehohren, über Schlappohren, über langes Fell, kurzes Fell, kurzbeinig, größer, schwerer. Genau, da wird halt eben nicht drauf geachtet, dass da irgendwie so ein Rassestandard, sondern sie sollten halt einfach nur gut in ihrem Job sein. Dann zu den Kontinentalen gehört dann noch der deutsche Schäferhund. Haben mich gerade, muss ich auch sagen, wieder so ein bisschen ein Boom bei mir in der Hundeschule. Gerade die grauen oder schwarzen Schäferhunde habe ich sehr häufig jetzt im Moment. Das sind dann die DDR-Linien. Also entweder Hunde, die komplett schwarz sind oder eben diese Hündin, die eher so ein bisschen grau ist. Ja, diese Hunde haben einen geraden Rücken, aber sie sind dementsprechend aber auch triebiger. Also wir haben sie ganz häufig im Bellen. Wir haben sie sehr, sehr häufig nervös. Das ist Artgenossenunverträglichkeit. Ja, das haben wir bei den deutschen Schäferhunden leider Gottes drin. Beißen auch sehr häufig. Beißen sich dann auch häufig fest, weil sie einfach keine Lösung finden, weil sie oft überfordert sind, weil sie schnell eben auch gefrustet sind. Und ja, dann knallen sie rein. Nein, meistens auch von hinten. Also ich habe viele Schäferhunde, die sagen, nö, nö, von vorne, nö, da gehe ich nicht dran, nö. Und sobald du denen rückst, zack, schon sind sie da. Aber die Langstockhaare, also den langen Haarschäferhund, den habe ich im Moment wieder seltener bei mir im Unterricht. Ich hatte mal so eine Zeit vor sieben Jahren oder sowas, da hatte ich sehr viele. Die waren sehr nervös. Die waren auch ein bisschen scheuer als die anderen. Also es ist jetzt nur immer meine. Oh Gott, das will ich jetzt da niemanden angreifen. Das ist immer nur meine Auffassung. Das, was ich halt einfach so erlebe bei mir im Unterricht. Wahrscheinlich diese Scheue und diese Nervosität wegen Ausstellungshund. Weil so langhaarige Schäferhunde doch nicht in der Regel, muss man ja immer sagen, in der Regel Schutz gehen, sondern eher die Kurzhaarigen. Und ich sage ja eher dann auch jetzt die Grauen, die ja immer mehr kommen oder die Schwarzen, die immer mehr kommen, dass die dann Schutz gehen. Und die Langstockhaare, ja, das sind dann oft die Familienhunde, das sind dann oft die Ausstellungshunde. Ich meine, das sind wunderschöne Hunde. Aber es geht damit dann halt leider Gottes auch so ein bisschen der Charakter voll an. Weiße Schäferhunde, die habe ich auch immer so, ja so phasenweise. Ich habe dann monatelang gar keinen und dann auf einmal habe ich mal wieder fünf auf dem Hundeplatz. Finde ich auch schwierig, muss ich ehrlich sagen, weil wir auch so unterschiedliche Charakteren bei denen haben. Wenn ich eher den kanadischen Ursprung habe, dann sind sie eher scheu wegen dem Wolfsgehen. Also man muss halt da einfach auch wissen, der weiße Schäferhund, wenn Vorfahren, sage ich jetzt mal, aus Kanada kommen, da haben wir dann tatsächlich ein bisschen Wolfsgehen drin. Die Schweizer Ursprung, die sind tatsächlich aufgeschlossener. Und was man auch sehen kann, die langen Haare auch da wieder eher scheuer und die Stocker, also die Kurzhaarigen, eher aufgeschlossen. Also nicht immer, ich sage ja, alles in der Regel. Krankheiten bei diesen Hunden, ja, wir haben halt wahnsinnig viele Futtermittelallergien, Futtermittelunverträglichkeiten. Dadurch aber vielleicht auch Hunde, die ja genervt sind, die, wie soll ich denn jetzt sagen, die hebeliger sind, weil es vielleicht im Bauch halt einfach rotiert, weil sie das irgendwie nicht, ja, das Futter vertragen können. Es kommen auch ganz viele weiße Schäferhunde, die aus dem Auto raussteigen und zum Beispiel, ja, rote oder so kupferfarbene Pfoten haben. Und ich sage sofort, ups, schlägt der sich irgendwie? Ja, schon. Ja, kann das sein, dass er vielleicht irgendwo eine Allergie hat? Nee, nee. Also hatte ich auch letztens eine Frau, die gesagt hat, ja, ja, der kriegt Aproquel. Und sage ich, wieso kriegt der Aproquel? Also das Aproquel ist ein Medikament gegen Juckreiz. Ja, er hätte Grasmilben. Dann sage ich, ja, okay, also dann kriegt er es ja jetzt wahrscheinlich im Winter dann nicht. Ja, doch. Dann sage ich, aber wir haben ja jetzt nicht wirklich Gras. Also Grasmilben sind ja dann auch eher im Herbst oder sowas. Nee, nee, das hatte das ganze Jahr. Dann sage ich, na ja, aber ob das dann Grasmilben sind oder Gräser allgemein, weiß ich jetzt nicht. Ach so, meinst du, ja, einfach mal auch wirklich überlegen. Ja, wenn mein Hund anscheinend allergisch auf Gräserpollen und Grasmilben sind und wie gesagt, wir haben jetzt gerade keine Gräser und wir haben jetzt gerade keine Grasmilben, dann, ja, dann wird der Hund wahrscheinlich eine andere Allergie haben. Vielleicht eben eine Futtermittelunverträglichkeit. Dann haben wir die belgischen Schäferhunde. Also ich habe jetzt immer nur die Rassen genommen, die bei mir, ich kann jetzt immer nur sagen bei mir, sehr häufig vorkommen. Der Terwüren, den habe ich immer mal wieder bei mir auf dem Hundeplatz, also quasi den belgischen Schäferhund hier mit langen Haar. Da gibt es ja dann noch den schwarzen, der ungefähr genauso ausschaut, der grünen Tell. Ich glaube, da habe ich jetzt einen in meinen ganzen 16 Jahren gehabt. Wie gesagt, hier der Terwüren, der kommt öfter mal vor. Was man immer sagen muss, immer unsicher. Also ich habe den Terwüren noch nie selbstständig, noch nie stabil gehabt, noch nie einen Hund, der nicht auch bei Geräuschen tatsächlich so gestanden ist und so und überhaupt, sondern meistens, wie gesagt, immer unsicher, ängstlich Fremden gegenüber, absolut misstrauisch. Warum, weshalb, wieso, kann ich jetzt schlecht sagen. Dann, was im Moment so ein bisschen einen Boom hat, ja, das sind die Malis. Gerade auch die Malis gekreuzt mit deutschen Schäferhunden habe ich jetzt. Aber ja, ich bin mal gespannt, wann der erste Malipuh bei mir auftaucht. Also quasi Malinoin mit Pudel, den habe ich noch nicht. Ich glaube, der wird auch nicht zu mir kommen, weil ja, sowas geht halt gar nicht. Ich kann nicht Malis mit Pudel kreuzen, also auch wenn sie dann vielleicht witzig ausschauen und vielleicht witzig sind oder der Name eben witzig ist. Aber ja, ich geht nicht. Also ich kann da nicht Malis in Pudelfell züchten, weil die Leute wahrscheinlich ja dann gar, überhaupt gar keine Ahnung haben, was sie da haben. Charakter, ja, und das kenne ich von meiner Fee. Also das ist ja hier auch meine Fee. Wendig, reaktionsschnell, unerschrocken, Härte und eine geringe Reitschwelle. Und das sind natürlich alles Charaktereigenschaften, die jahrelang reinselektiert wurden. Wir brauchen natürlich keinen Hund, der fünf Minuten für eine Wendung braucht. Wir brauchen natürlich auch keinen Hund, der, wenn er dann im Krieg ist, also ein Trainerkollege von mir, der war mit seinem Mali, mit seinem Mali neu in Mali. Und ja, da brauche ich natürlich kein Weichei. Da brauche ich natürlich einen Hund, der in ein Haus reingeht. Und wenn in dem Haus jemand mit ihm kämpft und ihm vielleicht auch, und das hört sich jetzt wirklich grob an, aber auch vielleicht ein Messer reinrammt, dann darf der Hund natürlich nicht aufhören mit seiner Arbeit. Also diese Härte ist drin bei diesem Hund. Und sie haben ein erhöhtes Appetenzverhalten, ein erhöhtes Suchverhalten, was ja auch für diese Hunde wichtig ist. Sucht da, geht in dieses Haus rein und sucht den Dieb, in Anführungszeichen, oder in Mali eben den, den wir ja jetzt da besiegen möchten. Und das nehmen natürlich die Hunde ja dann aber auch mit nach Hause. Die Fee ist auch so eine, die sucht, die sucht also ganz viel halt einfach auch mit ihren Augen. Es sind ja auch dann die Augenjäger, also keine Nasenjäger, sondern eher die Augenjäger. Und wenn ich keine Zeit habe, dann gehe ich mit der Fee im Dorf spazieren. Und dann ist die fertig. Also 20 Minuten Dorfspaziergang, dann ist der Hund beratfertig. Zwei, drei Stunden Isar, dann kommt die nach Hause und sagt, so was machen wir denn? Obwohl sie jetzt neuneinhalb Jahre ist, trotzdem, so was machen wir denn jetzt? Wirklich 20 Minuten Dorf und die ist platt, weil sie so im Suchverhalten ist, weil sie nur so, ah, und da ist ein Schmetterling und da ist ein Auto und da ist das und da ist das. Und dadurch sind sie halt auch sehr, sehr, sehr hibbelig. Joa, Jagdverhalten, muss ich auch ehrlich gesagt sagen, habe ich mir nicht so heftig vorgestellt. Ich hatte mir halt damals bewusst einen belgischen Schäferhund geholt, weil ich eben ein sehr großes Grundstück habe. Mein Grundstück ist 10.000 Quadratmeter, ich bin eben oft alleine auch da. Ja, und da brauchte ich halt eben auch keinen Labrador. Da brauche ich keinen Labrador, der dann, wenn vielleicht ein böser Mensch da reinkommt, dann sagt, ja toll, super, hallo, ja nimm dir doch das Geld hier, nimm doch hier alles im Hundeladen. Ich brauchte da natürlich auch einen Hund, der unter Umständen mich dann auch mal verteidigt. Dass die Fee jetzt so nicht ganz dazu geeignet ist, das konnte ich ja damals noch nicht erahnen. Deswegen ist die Fee eher Familienhund und liegt zu Hause im Bett. Und deswegen habe ich jetzt auch drei Herdenschutzhunde da, die den Job besser machen können. Aber genau, das Jagdverhalten habe auch ich damals tatsächlich absolut unterschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es jetzt aber trotzdem geschafft, dass die Fee mit Ziegen zusammenlebt, mit Katzen zusammenlebt, mit Hühnern und Meerschweinchen und allem, was ich da quasi auf meinem Grundstück habe. Das haben wir gut hinbekommen. Da hat sie mittlerweile, ja, so ein bisschen aufgegeben. Oder das ist, glaube ich, die einzige Sache, wo Fee resigniert hat. Also, nee, da war die ja nicht sturer. In anderen Sachen ist sie nämlich sturer. Aber da habe ich gesagt, nö, also diese Tiere auf unserem Grundstück, die haben wir nicht zum Fressen gerne. Krankheiten bei den Belgiern, ja, da haben wir natürlich sehr, sehr häufig auch die Lendenwirbelsäule, die mit dem Becken verwachsen ist. Also 20 bis 30 Prozent, so ein Lumbosakraler Übergangswirbel, ein zusätzlicher Lendenwirbel, der dann, wie gesagt, mit dem Becken verwachsen ist. Das muss man halt einfach auch wissen, muss man dann dementsprechend auch röntgen, auch wenn diese Hunde Probleme eben auch mit anderen Hunden haben. Also, Mallis sind in der Regel, toi, 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 wo ist das Holz? Meine ist eher sozial mit anderen Hunden. Aber in der Regel sind ja auch die Mallis nicht sehr sozial mit anderen Hunden, auch nicht sehr kompatibel mit anderen Menschen. Aber wenn man halt eben sieht, dass diese Hunde zum Beispiel von hinten Probleme haben, also von vorne kein Thema, wenn sich ein Hund von vorne nähert oder wenn sich ein Mensch von vorne nähert, kein Thema. Wenn sich aber ein Hund oder ein Mensch von hinten nähert, dann einfach mal röntgen lassen. Und da muss man einfach auch mal nachzählen. Also ich hatte sie ja auch röntgen lassen. Und der Türarzt hat das nicht gesehen, also der hat anscheinend nicht nachgezählt, dass sie acht anstatt sieben Lendenwirbel hat. Also man muss da eine seitliche Aufnahme dann auch machen. Man muss eben die ganzen Lendenwirbelkörper da drauf haben. Man muss auch eine Aufnahme von unten machen, liegt der Hund auf dem Rücken, um das dann wirklich zu, also anschauen zu können. Um dann wirklich zu sagen, okay, hat er jetzt diesen Lumbosakralen Übergangswirbel oder nicht. Und wie gesagt, es ist halt in der Rasse bis zu 30 Prozent drinnen. Und es ist vererblich. Dann haben wir die osteuropäischen Schäferhunde. Ja, die kommen immer mehr. Ich habe tatsächlich jetzt gerade drei in der Pension sitzen bei mir. Einer, nee, alle drei tatsächlich mit Beißvorfällen. Genau, wir haben einen Pumi bei uns sitzen. Und dann haben wir, das wissen wir nicht ganz genau, ob es auch jetzt ein Pumi ist oder ein kroatischer Schäferhund. Also das ist hier der Hajo. Also wir wissen noch nicht genau, ob wir Hajo jetzt tatsächlich als kroatischer Schäferhund einschätzen sollen oder eher als Pumi oder Pumi-Mischling. Und dann haben wir jetzt tatsächlich einen reinrassigen Puli. Ja, das war dann der Hund, der einer Familie nicht so schöne Weihnachten beschert hat, als ich dann diesen polizeilichen Anruf hatte, abends am 23., ob ich den Hund nehmen könnte wegen Kindsgefährdung. Und ich hatte ja natürlich wieder irgendwie andere Rassen im Sinn gehabt. Oh Gott, was ich gedacht habe. Boxer und überhaupt, Boxer, Herdenschutz und Schäferhund oder Rottweiler. Und dann haben wir gedacht, oh Gott, jetzt muss ich da reingehen und diesen Hund rausholen. Und dann ruft der Mann an und dann sage ich, was haben Sie denn hier einen Puli? Aha, okay. Also doch war es ein bisschen kleiner aus. Ja, genau. Also Yvonne schreibt auch gerade, Hajo sieht nach Moody-Mix aus. Ja, wissen wir nicht so ganz genau. Also wie gesagt, er hat jetzt auch, ich weiß ja nicht, ob die Moody's immer auch weiß da drin haben müssen. Für Moody ist er ein bisschen zu klein. Ja, wie gesagt, wir wissen nicht. Also im Endeffekt ist es ja auch ein Rumäne. Vielleicht ist es ja auch gar nichts. Vielleicht ist es ja auch tatsächlich nur so ein Zufall, dass er tatsächlich so ausschaut. Ich hatte mal eben nachgekugelt, wo dieses Tierheim ist. Und das war eben an der ungarischen Grenze. Und von dem her würde jetzt da genau eher so dieser Moody-Muli oder was Gott, was da immer so noch keucht und fleucht eher passen als jetzt tatsächlich dieser kroatische Schäferhund. Aber keine Ahnung. Wichtig ist, was sie alle haben. Spellen ist tatsächlich so ein bisschen genetisch auch bei denen drin. Ist natürlich wieder ein großes Problem, weil ja, die meisten haben ja dann auch Locken und viele kommen ja dann auch als Pudelmischlinge nach Deutschland über den Auslandstierschutz. Und ja, wenn dann vielleicht eine ältere Dame schon mal zehn Pudel hatte und denkt sich, boah toll, ich mache jetzt einfach mal Auslandstierschutz und ich hole mir so einen Hund aus dem Ausland, ja, dann will ich natürlich nicht sowas haben. Schaut zwar dann ein bisschen aus wie ein Pudel, aber ist natürlich kein Pudel. Sie sind oftmals sehr misstrauisch. Wie gesagt, bellen, also fürchterlich, also ganz, ganz, ganz schlimm wirklich dieses Pellen. Auch bei Hajo, alles wird angebellt und der hat vor allem halt auch eine sehr hohe Stimme und ist auch sehr misstrauisch. Also man merkt auch bei den Neuen eben und beim Hajo, dass sie schon auch misstrauisch sind. Und ich habe aber auch viele, viele schon gehabt bei mir in der Hundeschule, die eine ausgeprägte Schärfe aufweisen. Also die von hinten dann vor allem auch drangehen, die von hinten dann tatsächlich Radfahrer knallen, den Radfahrer schön vorbei und den Jogger schön vorbeilaufen lassen und dann eben von hinten drangehen, bellend, einkreißend, zwickend, jetzt nicht komplett vollbeißend. Aber ja, also die sind schon nicht ganz einfach. Also ich finde sie witzig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde sie halt auch immer, sie haben eine schöne Größe. Also ich mag das halt einfach, wenn so ein Hund nur so klein ist und so mittelgroß ist und dann vor allem, ja so, ich mag halt einfach auch so ein Fels, sie steht da total drauf. Deswegen habe ich ja natürlich auch fünf kurzhaarige Hunde und große Hunde, weil ich ja auch so ein Typ rund stehe. Aber okay, wie gesagt, ich brauche sie halt, leider Gottes. Ja, dann haben wir diese Koppelgebrauchshunde. Und das ist so eine Sache, die sehr viele Border Collie-Besitzer eben nicht wissen, dass der Border Collie eigentlich ein Koppelgebrauchshund ist. Ja, was ist denn jetzt ein Koppelgebrauchshund? Müsst ihr einfach mal googeln, also bei YouTube euch diese Videos anschauen. Und das, dann sieht man ja diesen Border Collie, der mehr oder weniger, sag ich jetzt mal mit Anführungszeichen, in einer riesengroßen Koppel steht. Dann sind dann, weiß ich nicht, 30 Schafe. Diese Schafe muss er dann splitten. Dann muss er die rechten Schafe, muss er dann zu einem Parcours geleiten. Dann muss er die doch durch so ein Tor hindurch treiben. Dann muss er die irgendwie so über eine Brücke rüber treiben und dann in so einen Gatter reintreiben. Genau, und das ist quasi dann diese Koppelgebrauchsprüfung. Und die Arbeit an Kleintieren mit wirklich diesen Rausselektieren einzelner Tiere, was ja dann auch über ein Kommando vom Schäfer passiert, weil der Schäfer sagt, ich will jetzt dieses Tier da haben. Und dieses Tier, das selektieren wir raus, weil jetzt zum Beispiel dieses Tier verletzt ist oder dieses Tier geschoren werden muss oder dieses Tier halt einfach zu alt ist. und genau, da arbeitet natürlich der Border Collie absolut mit dem Besitzer zusammen. Da haben wir eben aber genau das Umgekehrte zu den Altdeutschen. Die Schafe fressen natürlich da nicht mehr. Die merken halt eben, oh Gott, da kommt einer, der starrt mich gerade an, der fixiert mich, der schaut jetzt nicht mehr so super nett aus. Aber ja, was will denn der Hund? Der Hund will ja dieses Schaf bewegen. Also im Gegensatz zu den Altdeutschen, die ja die Schafe nicht unbedingt bewegen wollen, will ja natürlich der Border Collie, dass diese Schafe sich bewegen. Dass der jetzt wirklich nach rechts geht, dass der nach links geht, dass er über diese Brücke geht, durch das Gatter geht und in diesen Pferch da reingeht. Die Hunde arbeiten in der Regel lautlos oder so sollten sie halt zumindest arbeiten. Ich kenne da sehr viele Border Collies, Kelpies etc., die ja bellen und schreien. Aber ursprünglich waren es eben lautlos arbeitende Hunde, die schleichend und eben präzise ihre Aufgabe gemacht haben. Ist natürlich aber auch diesbezüglich, muss man halt sagen, ja, eben eine große Problematik, weil, wie hat zum Beispiel auch der Gerd Leder gesagt, ja, der Border Collie ist eigentlich ein Ferrari mit einer angezogenen Handbremse. Also das heißt, es ist ein Hund, der jahrzehnte, jahrhundertelang darauf selektiert wurde, natürlich irrsinnig großen Jagdtrieb zu haben, weil ich brauche ja natürlich auch eine Motivation, dass ich jetzt zu den Schafen hingehe. Und es ist eigentlich der einzige Hund, der in seiner Jagdsequenz zu steuern ist. Weil, ja, schaut euch mal jetzt so ein Terrier an oder schaut euch jetzt mal irgendwie so ein Zetter an oder so was oder ein Weimarana, die kann man ja oftmals in den Jagdsequenzen nicht wirklich steuern. Und wenn man sich da eben diesen Border Collie anschaut, ja, den steuere ich. Also eben der Ferrari mit angezogener Handbremse, was für diese Hunde natürlich ein großes Problem ist, weil wir bei diesen Hunden sehr, sehr, sehr häufig Stereotypes Verhalten haben. Diese Hunde sich entweder kreisen, diese Hunde in die Luft springen, wenn zum Beispiel oben, ein Flugzeug fliegt, diese Hunde sich tatsächlich auch selbst verstümmeln, habe ich auch schon gesehen, diese Hunde sich irgendwie aufschlecken, diese Hunde stundenlang irgendetwas anstarren, weil sie halt einfach denken, ja, Treppe, bewegt dich jetzt einfach, geh jetzt da einfach weg. Habe ich vor 16 Jahren, als ich angefangen habe, mehr gehabt, also wirklich viele, viele Border Collies, die wirklich Sachen angestarrt haben. Das ist Gott sei Dank ein bisschen draußen jetzt von dem Border Collie. Ich hatte auch mal eine Hündin, das ist, glaube ich, jetzt auch schon zwölf Jahre oder sowas her, die hat imaginäre Fliegen gehütet, mehr oder weniger. Wenn der Besitzer gesagt hat, Mausi, wo ist Fliege? Dann hat sie sich hingestellt gestellt und hat eine Fliege angestarrt, die gar nicht da war. Also richtig übel, wirklich. Also ich habe dem Besitzer gesagt, findest du das jetzt witzig? Ja, das ist doch lustig. Guck mal, so laste ich da meinen Hund aus. Sag ich, was? Wie? Ja, und jetzt ist die so ungefähr, dass sie dann da sitzt. Und wie gesagt, sie hat dann rechts und links und hat dann auch wirklich mit den Augen imaginär quasi irgendwas verfolgt und war dann völlig in der geduckten Haltung und ist dann auch mal aufgestanden und hat da eine Fliege, die gar nicht da war, gehütet. Und ich fand das dann richtig übel. Und er fand das lustig, hat das, wie gesagt, auch unter Kommando gesetzt. Und wenn er mal keinen Bock hatte, spazieren zu gehen, dann hat er halt die Mausi Fliege hüten lassen. Also ich fand es, wie gesagt, nicht so witzig. Das Problem oftmals bei den Border Collies ist halt einfach auch ihre Körpersprache. Ich sage ja, die können ja gar nichts dafür, dass sie immer diese angelegten Ohren zum Besitzer haben, dass sie diesen Fixierblick haben, dass sie ja auch dieses Anschleichen haben und dass sie halt sehr häufig auch diese tiefe Schwanzhaltung oder Rutenhaltung haben. Und oftmals denken dann immer ihre Leute oder die Besitzer, ja, der Horn hat jetzt wahnsinnige Angst. Nee, der hat jetzt eigentlich keine Angst. Schaut euch einfach mal diese Hunde an, wenn sie tatsächlich an den Schafen arbeiten. Das ist höchste Konzentration und Anspannung bei diesen Hunden. Und so würde ich mir tatsächlich auch die Hunde zum Beispiel am Longierzickel oder in der Apotierarbeit wünschen. Nicht die Hunde, die hinterher wämsen, wenn der Dummy geschmissen wird, Rute oben und wumm, sondern ein Hund, der einfach in der Konzentration arbeitet, Rute unten hat und aufpasst. Okay, soll ich jetzt das Dummy? Soll ich das Dummy? Soll ich das Dummy? Was wir bei den Border Collies immer sehr gerne machen, zum Beispiel zehn Dummies hintereinander hinlegen und dann den Hund zum fünften Dummy schicken, da Platz machen, zum zehnten Dummy hinschicken und dann wieder vorholen zum siebten Dummy und den darf er dann nehmen. Und da erkennt man dann auf einmal, dass die Route runtergeht, dass der Hund wirklich jetzt in der Konzentration ist, dass der jetzt wirklich, also wirklich konzentriert seine Arbeit macht, nicht einfach rumläuft. Deswegen sage ich auch, viele bellen ja mittlerweile auch wahnsinnig viel und eher meines Erachtens überdreht sind. Der Border Collie ist sehr schnell unter- und überfordert. Da kommen wir noch. Warum? Und ja, sie haben halt einfach auch häufig mal ein Zwicki drin. Also auch ein Zwick gegenüber Kinder in der Familie, ein Zwick gegenüber anderen Hunden, und auch wegen dem Beutefangverhalten. Das haben wir ja schon gesagt, Hüten von Ersatzobjekten, oft Zerstörungswut und, das ist eben ganz wichtig auch, entgegen aller Meinungen sind sie nicht ausdauern. Weil, im Gegensatz zu den Alldeutschen, wo ich ja gesagt hatte, ja, der Hund, wenn die Schafe ja quasi Gassi geführt werden, zu drei Kilometern, dann läuft der Hund natürlich die ganze Zeit rechts, links, rechts, also rechts, rechts, rechts und andere links, links, links. Aber die laufen dann natürlich ihre zwei Stunden die ganze Zeit vor und zurück. Und das ist eben beim Border Collie nicht. Weil wenn man sich das ja auch mal anschaut, wo die herkommen, ja, in Schottland oder Irland, da hatten die ja natürlich auch keine Zäune. Da waren aber auch die Schäfer nicht bei ihren Schafen dabei. Also das heißt, die Schäfer haben halt einfach ihre Schafe da hochgetrieben oder hochgefahren, freigelassen und dann waren die Schafe quasi sich selber überlassen. Und dann waren da hinten mal 20 und dann waren da hinten mal 50 und dort waren da mal 30 Schafe und die mussten sich halt selber versorgen. Also es war eigentlich niemand dabei. Und dann, wenn ich natürlich jetzt die Schafe runterholen wollte oder Klauen schneiden oder ich sage ja bewusst einmal die Babys oder zum Schlachten oder alte rausselektieren möchte, dann kam eben der Border Collie zum Einsatz. Dann wurde der gezielt nach, ich sage jetzt mal bewusst hochgefahren in diese Weiden und da dann bewusst du holst jetzt diese 30 und dann fahren wir heim. Und das war dann vielleicht mal eine Sache von zwei Stunden und dann waren sie wieder unten auf der Farm. Deswegen, wie gesagt, nein, der Border Collie ist eigentlich kein sehr ausdauernder Hund im Gegensatz eben zu den Altdeutschen oder zu den kontinentalen Hütehunden. Und deswegen muss man auch nicht so viel mit diesen Hunden machen. Und deswegen haben wir halt oftmals diese völlig überdrehten Border Collies, weil sie meines Erachtens zu viel Action erleben. Genauso wie die Mallies übrigens. Ich will ja da immer nicht so auf die Border Collies jetzt schimpfen. Das kann man ja genauso gut dann über die Mallies sagen, weil auch da meistens die Hunde, die Montag, also die so einen Wochenplan haben. Montag machen wir Fährte, Dienstag machen wir Schutz, Mittwoch machen wir Aki, Donnerstag machen wir, weiß ich nicht, spüren und anzeigen. Muss es nicht. Also ich mache fast gar nichts mit der Fee. Die ist halt dabei, wenn wir auf dem Grundstück sind, dann läuft sie da auf 10.000 Quadratmeter umeinander, dann gehen wir mal spazieren. Dann mache ich auch mal Apportierarbeit. Dann verlange ich es aber auch tatsächlich ungefähr 20 bis 30 Minuten am Stück. Dann machen wir viele Futtersuchspiele mit ihr oder mit allen meinen Hunden, weil ich dann meine Futtersuchspiele so ein bisschen mache, dass die Hunde dann gleich noch in die Koordination reingehen und dann noch Muskelaufbau machen, indem ich die dann auf Wackelbretter oder sowas umeinander laufen lasse. Also die macht nicht wirklich viel. Die erwartet aber auch nicht, dass jetzt da irgendwas gemacht wird. Und deswegen ist die Fee toi toi toi, ein relativ entspannter Mali. Betonung liegt auf relativ. Sie ist natürlich nie so entspannt wie die Herdenschutzhunde. Dann haben wir die britischen Hütehunde. Da sind wir eben in diesen Begrifflichkeiten wieder drin, weil Hüte, und habe ich ja gerade schon gesagt, eigentlich streng genommen falsch wäre, da es in Großbritannien eben keine Hütehaltung gibt, so wie es in Deutschland, in Frankreich eben war, wo halt eben die Schäfer mitgegangen sind, wo die Schäfer den ganzen Tag bei den Schafen waren. Ja, das gibt es bei denen halt einfach nicht. Ich sage ja, die Herden leben auf großen, oft nicht eingezäunten Flächen und suchen da ihr Futter selber. Ja, und irgendwann fährt man dann halt eben raus und holt dann seine Schafe oder einen Teil seiner Schafe. Und dann wird auch noch unterschieden zwischen den Arbeit an Rindern, der Corgi, und die Arbeit an Schafen, eben die Collies. Und da habe ich mir eben zwei rausgesucht. Also beziehungsweise den Border Collie haben wir ja schon gesagt, aber den habe ich ja in diese Koppel Gebrauchshunde Sparte reingetan. Und dann habe ich jetzt noch zwei von diesen britischen Hütehunde, die halt sehr häufig auch bei mir in der Hundeschule sind. Wobtail habe ich ganz wenig. Und dann Birded Collie, ich glaube einen. Einen in 16 Jahren hatte ich einen Birded Collie. Collies, wie gesagt, kommen sehr häufig. Und was halt immer häufiger kommt, sind eben auch die kleinen Schelties. Die Collies, muss ich sagen, leider Gottes auch in allen bunten Farben, die man sich jetzt wünschen oder nicht wünschen kann. Ja, der Collie ist recht sensibel, ist recht leicht frührig, aber ich finde sie auch immer scheuer. Also sie sind oft wirklich so fast wölfisch, wirklich misstrauisch, auch gegenüber fremden Menschen, fremden Hunden, ziehen sofort die Rute ein. Da, weiß ich nicht, ob jetzt da Lessi schuld war oder weil sie doch, ich sage ja immer, in bunteren Farben oder, 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 keine Ahnung. Mittlerweile habe ich schon einige ein bisschen knackgere Collies schon wieder gehabt, meistens auch die Blue Merle Collies. Und wenn man dann aber auch mal bewusst nachfragt, ja, ist da schon ein bisschen der Kettledock mit reingekommen. Anscheinend versucht man jetzt durch die Einkreuzung mit dem Kettledock ein bisschen dieser Shorehead entgegenzuwirken, was ich natürlich jetzt auch nicht so gut finde, weil ich finde den Collie-Charakter, wie gesagt, halt sehr cool, so sensibel, leichtführig. Und wenn ich mir dann aber so ein Kettledock, das sind ja halt einfach so derbe, plumpe Hunde, finde ich, passt halt einfach in den Collie nicht rein. Also die waren schon zackig. Also wo wir wussten, da war der Kettledock drin, die waren unerschrocken. Und wie gesagt, das war meines Erachtens dann halt einfach kein Collie mehr. Der schmale Schädel könnte auf so eine Basoy-Einkreuzung hinbeißen. Basoy ist ja ein russischer Windhund und der hat eben auch diesen ewig langen Schädel. Und ja, das ist auch im Moment so ein bisschen Mode, dass der Schädel von dem Collie immer und immer und immer länger wird. Was ich auch beim Collie habe, wie gesagt, ich finde relativ den Collie, also habe ich immer, man kriegt ja hier und da mal immer auch diese Frage von Leuten, ja, oder was rätst du denn als Anfängerhund? Bin ich eigentlich auch beim Collie immer dabei. Muss man halt ein bisschen schauen, aus welcher Zucht der kommt. Aber ich sage immer sofort, ja, die neigen zum Bellen und so ein bisschen so, ja, undifferenziert, so wuff, wuff. Und dann schauen sie so ein bisschen in die Luft, keine Ahnung, was sie da anbellen, wuff, 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 wuff. Und manchmal wissen sie auch gar nicht, warum sie bellen. Bei mir knallen sie gerade. Mama, wie geht es denn der Krümmel? Okay, Krümmel reagiert nicht und der Mali reagiert auch nicht, aber gerade hauen sie mir jetzt tatsächlich hier Silvesterknaller hoch. Genau, dann die Shelties habe ich auch sehr häufig, leider Gottes auch, in immer witzigeren Farben, also eben in diesen Schwarz und immer mehr natürlich dieses Graue, diese Merle-Farbe. Auch die Shelties neigen zum Bellen und was ich bei den Shelties aber auch immer wieder sehe, ist, dass die ganz große Probleme mit Art genossen haben und die neigen zum Schreien und weglaufen. Also habe ich bei einigen Rassen drin, habe ich auch bei den Dobermännern drin, habe ich bei den Shelties drin und ne, das war das andere. Also habe ich oft beim Dobermann und oft beim Sheltie, dass wenn man sie dann eben von der Leine lässt, an der Leine, also an der Leine merkt man gar nichts, an der Leine sind sie dann wirklich so, ja, okay, und dann lässt man die Leinen ab und dann kommt ein anderer Hund und dann auf einmal fangen die zum Schreien an, panisch rennen die zum Zaun, donnern in den Zaun rein, schreien, schreien, schreien und das kann natürlich auch andere Hunde auslösen. Ich meine, es kann, es kommt hier und da auch in anderen Rassen vor, aber wie gesagt, bei Dobermännern und Shelties bin ich mittlerweile so ein bisschen sehr vorsichtig geworden und sichere die dann tatsächlich aber auch ab und Schleppleine, dass dann auch wirklich der andere Hund nicht hinlaufen kann, suche mir ganz, ganz, ganz ruhige Hunde aus, mit denen wir die dann auch tatsächlich, also zumindest in den ersten Kontakten dann in den Sozialkontakt reinschicken. Wie gesagt, hatte ich beim Scheltie und beim Dobermann. Ja und da, einmal ist es mir tatsächlich auch beim Aussie passiert, einmal ist es mir beim Husky passiert, aber bei den zwei Rassen fast bei jedem dritten Hund. Ja, dann eben haben wir die Aussies, muss sagen, als ich mit den Aussies damals vor 16 Jahren angefangen habe, da war der Aussie eher noch so wie im Berner Senna, also wirklich groß, ja ich sage jetzt mal, so nicht plump, aber so einfach mehr Fell, ein bisschen wuchtiger und muss sagen, ja richtig gute Hunde, leicht führige Hunde, wenig im Jagdtrieb, wenig oder Jagdverhalten, trieb darf man ja nicht mal sagen, wenig im Jagdverhalten drin, wesenstark, wenig Raufer, wenig die gebellt haben, also richtig coole Hunde. Mittlerweile, ja, sind sie viel klein geworden, viele sind ja wirklich Minis geworden, manchmal sage ich, ist das jetzt ein Mini-Aussieh, oder ist das jetzt ein Standard, nee, das ist jetzt ein Standard, sage ich, das schaut daraus, wie ein Mini-Aussieh. Das Fell ist einfach anders geworden, das Fell ist nicht mehr so voluminös, das ist nicht mehr so plüschig, wie gesagt, die Hunde sind allgemein kleiner geworden, allgemein zarter geworden, und ich finde sie nicht mehr so leichtführig, ich finde sie wahnsinnig hoch im Jagdverhalten drin, also viele, die duff und weg sind, alles hinterherlaufen, was sich bewegt, ob es jetzt Jogger sind, Radfahrer sind, etc. Viele aber auch mittlerweile beim Raufen halt einfach drin, in der Unverträglichkeit und viele natürlich territorial. Aber liegt halt eben daran, dass eigentlich der Australian Shepherd nicht wirklich zum Hüten von Rindern eingesetzt wurde. In Amerika, dafür waren ja auch die Schafe, die Pferde zuständig, dass natürlich dann auch die Cowboys mit den Pferden sehr viel an den Rindern gemacht haben. Und diese Hunde waren ja eigentlich eher zum Aufpassen. Klar, die sind ja auch mal mitgelaufen und haben da bestimmt dann auch mal das ein oder andere Schaf da rein, aber Hauptaufgabe war, ja, aufpassen. Aufpassen auf Sättel, aufpassen auf Stall. Und die haben halt einfach Wacheigenschaften. Und das wissen viele Ausübesitzer halt eben nicht. Nee, ich habe einen Hütehund. Ja, schon. Und viele sagen ja auch, dass der Australian Shepherd aus Australien kommt. Ja, da kann man schon ursprünglich her, aber kreiert hat die Rasse halt eben die Amerikaner. Und das auch gerade diese immer witzigeren Farben, immer die immer bunteren Hunden, diese blauen Augen dazu, hat meines Erachtens nicht so gut getan, dieser Rasse. Dann haben wir noch die Treibhunde, die Kuhhunde, Arbeit an Großvieh, an den Rindern, Almen auf und Abtrieb. Die Hunde bewegen sich gemeinsam mit den Hirten hinter oder in der Herde und treiben die Tiere vorwärts. Bellen, da sind wir wieder, Bellen auch sehr häufig dabei, auch so ein bisschen um anzupuschen und so die Rinder da vorwärts zu treiben. Ja, und da haben wir eben den Ketteltop, den Rottweiler, Riesenschnauzer. Okay, die gehören jetzt nicht zu unserer Kategorie oder zu unserem Thema heute. Aber hier den Appenzeller, den Entlebucher, den Westerwälder Kuhhund. Da hatte ich witzigerweise ja tatsächlich schon drei oder vier bei mir in der Hundeschule. Die zählen wieder unter die altdeutschen Hüterhunde. Boah, die waren knallig. Lecko mio waren die knallig, die Westerwälder. Wenn ihr diesbezüglich aber noch mehr Infos euch einholen möchtet, müsst ihr unbedingt beim Gerd Leder mal ein Seminar machen, weil der, ja, der hat ja selber auch die Altdeutschen, der ist ganz viel auch bei den Schäfern unterwegs und der kennt natürlich jeden von diesen altdeutschen Hüterhunden. Das ist der Wahnsinn. Also, ne, aber auch da die Westerwälder, oh ja, also tatsächlich, aber auch sehr häufig von Bio-Bauern geholt. Also diese vier, die ich hatte, die waren tatsächlich von Bio-Bauernhöfen, die sich auch so ein bisschen zur Aufgabe gemacht haben, ja, Tiere zu züchten, die vom Aussterben bedroht sind. Aber die Westerwälder, jo, die waren schon, die waren schon knackig, sag ich jetzt mal. Dann haben wir eben die Schweizer Senner. Hunde, ja, ein bisschen schwierig auch, muss ich sagen. Ich muss sagen, gerade mit den Appenzeller habe ich noch nicht wirklich Glück gehabt. Mit den Hündinnen ja, mit den Rüden muss ich sagen nein. Jeder Appenzeller-Rüde, der bei mir in der Hundeschule war, hat früher oder später tatsächlich territoriales Verhalten gezeigt, hat auch mindestens einmal gegen seinen Besitzer geschossen. Also die sind schon nicht ohne. Und wenn man halt eben dann auch weiß, dass die Sennenhunde auch aus der HSH, Herdenschutzhunde, entstanden sind, haben sie da halt auch sehr viele territoriale Eigenschaften drin. Und wie gesagt, die sollte man halt einfach nicht unterschätzen. Entlebucher finde ich dementsprechend ein bisschen leichtführiger. Bellen aber natürlich genauso viel wie die Appenzeller. Also Bellen ist ja auch genetisch bei denen drin. Es war erwünscht, weil in der Schweiz da ist auch sehr viel Nebel oben an den Alm und da hat man eben eine schlechtere Sicht. Und wenn jetzt da irgendwie ein Hund total lautlos an den Kühen vorbei rennt, dann könnte es sein, dass sich die Kuh eben erschreckt und dass die Kuh dann irgendwie blöd tritt und dann runterfällt oder sich verletzt. Und deswegen war es halt eben erwünscht, dass diese Hunde auch viel bellen, dass die Kühe halt einfach auch wissen, ja, wo sind die Hunde? Ach, der Hunde sitzt da zehn Meter von mir entfernt. Ach, der sitzt da gerade neben mir. Und deswegen ist es drinnen. Und ich bin halt immer auch so ein Mensch, wenn Leute zu mir kommen, mit einem Appenzeller, mit einem Spitz, mit einem, ja, mit einem Wachhund und sagen, oh, Diane, wir wohnen aber jetzt irgendwo in Bingolfink, in einem Mehrfamilienhaus. Und ich habe jetzt mir halt eben so einen Hund geholt und der bellt so, du musst das jetzt abgewöhnen. Nee, erstens muss ich gar nichts und zweitens, ach doch halt vorher mal ein bisschen Internetrecherche. Schaut euch doch mal an, was ist denn mit diesem Hund? Gerd Leder hat auch, da war das Gerd Leder, Gerd Schuster weiß jetzt gar nicht, hat auch gesagt, wenn ihr doch wirklich die Charaktereigenschaften eurer Hunde haben wollt, dann schaut auf irgendwelche Mali in Not, Appenzeller in Not, Boxer in Not, Husky in Not Seiten. Und ja, da habt ihr ja dann quasi die Charaktereigenschaften, weshalb diese Hunde dann abgegeben werden. Bei Mali ja, meistens sage ich ja, Unverträglichkeit gegenüber Menschen, Tieren und Hunden. Beim Appenzeller halt sehr häufig auch Beißen, territoriales Verhalten und eben dieses Bellen. Und das ist eben drin. Und ich sage immer zu den Leuten, ich arbeite nicht gegen die Genetik. Du kriegst das nicht raus von diesen Hunden. Wir kriegen das natürlich sehr wohl hin, dass der Hund, wenn er halt eben gebellt hat mit einem, hey, ist okay, geh jetzt einfach da hinter mir und jetzt bleib hinter mir und jetzt übernehme ich quasi, wie ich es halt bei meinen Herdenschutzhunden mache, die sollen ja auch bellen, wenn jemand kommt. Wenn ich zum Beispiel jetzt hinten bei dem Pferd bin und vorne kommt Kundschaft, dann brauche ich halt einfach auch einen Hund, der auch mal vorne bellt. Wenn ich aber dann vorne bin, dann ist Schicht im Schacht. Dann sollen die auch nicht mehr machen. Dann sollen die Leute auch reinkommen und dann ist halt einfach gut. Und das kann ich natürlich jedem Wachhund auch beibringen, ob es jetzt ein Spitz ist, ob es ein Birnersender ist, ob es ein Appenzeller ist. Aber ich werde von diesen Hunden nie verlangen können, gar nichts mehr zu sagen. Und das ist gemein. Und ich finde das halt richtig mies, wenn dann mit Sprühhalsbändern, wenn dann mit Wasserflaschen, wenn dann, weiß ich nicht, einfach an den Hunden gearbeitet wird und die Hunde gedeckelt werden und gedeckelt werden und gedeckelt werden, weil der Nachbar sich dann aufregen könnte oder weil das Kind halt jetzt gerade geschlafen hat. Aber es ist halt einfach genetisch drin. Wie gesagt, ich habe mir immer zum Ziel gesetzt, ich gehe nicht gegen die Genetik eines Hundes. Wie gesagt, natürlich kann ich dann auch sagen, hey, super, ich mache das jetzt, ich stehe jetzt vorne und, nee, ich manage das, aber ich werde solche Hunde nie wortlos kriegen. Genauso wie man mich nicht wortlos kriegen kann. Und dann haben wir noch als letzte Kategorie die Healer, die Hackenbeißer, die Rinder durch gezielte Bisse in die Hacken, in die Hilzer quasi treiben und es sind dann eben sehr wendige Hunde, die absolut geschickt sind, die super, mega beobachten, die alles im Rundumblick haben und eben ausweichen, derb sind, wenn sie natürlich von dem Rinder mal eine drauf bekommen, ist egal, ob es jetzt im Fuß oder die Hörner sind, aber die auch gleich wieder zur Stelle sind und da haben wir eben den Kettledock und ja, ich sage ja, das sind derbe Hunde, das sind einfach plumpe, wachsame, in der Regel nicht aggressive Hunde, aber wie gesagt, derbe Hunde und das ist halt, ich habe jetzt gerade im Moment zwei Kettledocks einen Welpi und einen größeren und viele Leute denken dann immer, ja, und dann gehe ich da mit einer Wasserflasche drauf, der lacht sich doch tot mit einer Wasserflasche, sind wir uns doch mal ganz ehrlich, auch die Terrier-Leute, ja, und dann habe ich ihnen dann eine auf den Popo gehauen, ja, abgesehen davon brauchst du es nicht machen, manage doch deinen Hund, aber der lacht sich doch kaputt, wenn du denen so einen Klaps auf den Popo gibst, ja, warum denn, ja, es ist ein Hund, der gegen einen Fuchs arbeitet, der gegen einen Fuchs kämpft und entweder der Fuchs kommt aus dem Bau oder der Terrier kommt raus und dann wirst du mir doch sagen, so ein kleiner Klaps, das ist doch dem wurscht, genauso wie hier den Kettledock, also der wird von der Kuh durch die Luft geschmissen und dann kommen die Leute da hinterher und wundern sich, wenn sie denn mit Leidenruck arbeiten, warum der nicht durchkommt mit der Leidenruck, ja, weil es diesen Hunden doch wurscht ist, noch einmal, die sind derb, die sind hart gezüchtet, damit die natürlich, wenn ein Kuh zutritt, dann die sagen, da gehe ich jetzt nicht mehr dran, der muss aufstehen und der muss halt wieder dran und das ist natürlich auch manchmal in der Erziehung ein bisschen schwierig, ich bin ja auch im Walli und das ist dann halt auch manchmal schwierig, weil du dir denkst, cool, jetzt bist du das fünfte Mal irgendwo runtergesprungen und das fünfte Mal hast du dich jetzt hier verstaucht, die lernen nicht, also das ist denen wurscht, da geht es einfach weiter, weil sie eben diese Härte reingezüchtet bekommen haben. Genau, heute werden sie halt immer bulliger, haben auch einen schweren Schädel, oft innerartliche Aggressionen wegen dem Terrier-Gen, also ursprünglich nicht, aber immer mehr kommen sie halt rein, leider Gottes und was bei denen aber auch, das hat leider Gottes, die Erbkrankheiten steigern, weil sie eine zunehmende genetische Verarmung haben, diese Hundis. Genau, so, dann haben wir jetzt erstmal diese ganzen Kategorien angesprochen und ja, jetzt kommen in Anführungszeichen die Probleme im Alltag, also beziehungsweise unsere Probleme mit diesen Hunden im Alltag, weil die Hunde ja meistens kein Problem damit haben in ihrem Tun. Die, die finden es witzig, die haben damit ja kein Problem, wir haben ja wie gesagt ein Problem damit. Auf der einen Seite, doch da muss ich sagen, haben die Hunde schon ein Problem, weil sie halt sehr häufig überfordert oder ja auch manchmal unterfordert sind, wobei ich sagen muss, dass ich in der Regel mehr Überforderung als eben Unterforderung bei den Hunden habe, weil doch ja eigentlich jeder mit seinem Hund spazieren geht und ein bisschen was macht, also wie gesagt, ich habe eher die Überforderung und das ist halt eben etwas, was die Leute ja immer nicht so ganz verstehen, ja wie und der Hund hat Stress und wieso soll ich den Stress haben, weil ich halt immer mehr sehe, dass die Hunde von A nach B gezerrt werden, dass die Hunde mal nicht alleine bleiben können, vielleicht weil sie es wirklich nicht können. Viele Corona-Hunde, die halt eben Homeoffice miterlebt haben, die können nicht mehr alleine bleiben, die schreien und schreien sich zu Hause wund und die zerstören die Wohnung und deswegen werden die Hunde dann halt einfach immer von rechts nach links und dort mitgezerrt und da mitgezogen und ich weiß nicht, ich finde das halt einfach, ein Hund, der muss nicht mit im Biergarten, ein Hund, der muss nicht mit auf den Christkindlmarkt, ein Hund muss, also ich meine, wie gesagt, das ist meine Meinung, ich finde das immer übel und ich finde das auch immer übel, wenn Hundeschulen dann tatsächlich auf den Christkindlmarkt trainieren, wo ich sage, das muss jetzt nicht sein. Ja, wir haben auch auf den Christkindlmarkt trainiert, aber wir waren in der Früh, wo noch keiner da war, weil allein die Gerüche, allein die Stände, allein diese Enge, das langt den Hunden schon, also da waren die noch eine Stunde, wo wir durch einen Christkindlmarkt, wo keiner da war, ich sage ja, nur alleine die Gerüche, alleine die Enge zwischen diesem Buden oder wir sind auch tatsächlich einmal mit den Hunden in der Früh durchs Kitter gegangen, durchs Volksfest gegangen, die Hunde waren völlig überreizt, obwohl kein Mensch da war. Auch die sehen ja natürlich diese komischen Formen und Figuren, die da rumstehen und eben diese Gerüche und dann das Essen und die ganzen vielen Leute, die da schon gegangen sind, das langt denen und ich muss den Hund nicht überall mitzerren. Und ja, dann haben wir auf der einen Seite noch Kinder zu Hause, die dann auch noch was mit dem Hund machen möchten, die ja dann auch vielleicht laut sind, dann haben die Hunde nicht genug Ruhezeiten, das sprechen wir später noch. Ja, dann haben wir eben aber auch bei den Hüten, ich sage jetzt halt einfach mal Hütehunden, ich sage jetzt nicht immer diese ganzen Kategorien. Wir haben halt eben auch viele Kontrollettis bei dieser Kategorie Hund. Naja, auch die Fee ist ein Kontrolletti. Also meine Herdenschutzhunde sind keine Kontrolletti. Da kann ich ja aus dem Raum gehen und die umheben mal den Kopf und die eine geht aufs Klo, die eine geht in den Laden, die bleiben da halt einfach liegen. Die Fee natürlich, wo gehst du hin? Du gehst aufs Klo, okay, dann komme ich mit. Du gehst zum Kühlschrank, okay, da komme ich mit. Du gehst jetzt da hin, ich muss mit. Die ist schon auch die ganze Zeit in so einem Kontrolletti drin. Und das soll sie ja auch. Also ich deckele die jetzt da auch nicht den ganzen Tag. Aber manchmal sage ich schon, du bleibst jetzt da mal liegen, ich kann jetzt alleine aufs Klo gehen. Und das ist eben auch wichtig, dass wir das wirklich auch mal verstehen, dass diese Hunde nicht, wie wir, wenn wir zum Beispiel Security sind oder Polizisten sind oder sowas, nach acht Stunden, okay, vielleicht nach acht Stunden ist es ein bisschen übertrieben oder untertrieben bei Polizisten, vielleicht auch zwölf Stunden. Aber trotzdem hat man einen Dienstschluss und man hat Anspruch auf Urlaub. Und die Hunde eben nicht. Also 24 Stunden sind hier am Kontrollieren, gerade wenn vielleicht noch jemand krank ist, gerade wenn vielleicht noch Kinder da sind und sich die Hunde ja vor die Kinder hinlegen. Und die Besitzer denken sich gar nicht, der liegt doch da. Ja, aber er liegt vor dem Kind. Ich hatte auch gestern erst wieder einen kleinen Pinscher. War sehr interessant. Wir haben fünf Hunde laufen, also was heißt laufen lassen, sehr ruhige Hunde. Haben wir eben ohne Leine selber mal machen lassen. Und eine Hündin, die war immer neben ihrer Besitzerin. Kaum ist ein Hund gekommen, zack, hat sie sich vor der Besitzerin hingestellt. Dann war der Hund wieder weg und zack, hat sie sich wieder neben die Besitzerin hingestellt. Und nach dem dritten Mal habe ich zur Besitzerin gesagt, so siehst du das eigentlich, was deine Hündin macht? Nee, was denn? Sag ich, jedes Mal, wenn ein Hund kommt, stellt sie sich vor dich hin. Ja, das ist mir gar nicht aufgefallen. Sag ich, ja genau, das ist es. Es fällt oft nicht auf, dass Hunde kontrollieren, dass Hunde eingrenzen, weil sie halt unscheinbar vor den Kindern sitzen. Dann auf der einen Seite das Tod geliebt werden, den Kinderersatz. Ich meine, ja, ich habe selber einen Mali, aber es ist halt auch oft das Problem, dass man sich diese Hunde als Kinderersatz holt, dass man sich die Hunde als Prestige holt. Sie können dann auch oftmals nicht der diese Anforderungen dann aber auch gerecht werden. Sie werden tot geliebt. Unseren Frust bezüglich Corona müssen sie aushalten. Zu wenig Grenzen, zu harte Grenzen, gerade bei den Malis und bei den Schäferhunden. Das erste Jahr werden sie bedüttelt und nee und überhaupt haben wir tatsächlich auch einen Fall jetzt gerade. Der hat ein Bällebad im Keller bekommen, da darf der Hund jeden Tag rein. Also wirklich tot geliebt auf der anderen Seite und auf der, er hat zu sagen ja und nicht mehr so nett. Und dann wird mit Druck halt einfach gearbeitet. Und das geht halt nicht. Ich muss sagen, ja, ich hatte da auch mal eine Zeit lang, ich habe die Fee mit einem halben Jahr bekommen, wo ich wirklich gedacht habe, ja, ich habe einen Mali und das Sitz muss schneller sein und das Platz muss noch schneller sein. Bis ich dann nach zwei Monaten gesagt habe, stopp, 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 stopp. Das nimmt hier ganz komische Kreise an. Der Hund ist einfach nur ein Hund. Sie hat genauso zwei Ohren wie ein Pudel. Sie hat genauso eine Nase wie ein Rottweiler. Sie hat vier Beine wie ein Dackel. Also vielleicht ein bisschen längere Beine, vielleicht war jetzt der Dackel für Beine nicht so das beste Beispiel. Aber sie ist eigentlich nur ein Hund. Und deswegen, ja, da macht sie halt Sitz. Und dann dauert es vielleicht halt auch mal ein bisschen, bis sie Sitz macht. Und dann sage ich halt auch vielleicht mal zweimal Platz. Und gerade bei solchen Rassen wie die Hütehunde ist da halt sehr häufig, dass harte Grenzen gesetzt werden. Dass auf der einen Seite keine Grenzen und auf der anderen Seite zu harte Grenzen gesetzt werden. Bürohunde, Leinenzwang, Hunden, die ihren Job nicht mehr nachgehen können. Ja, okay, sind jetzt wahrscheinlich die meisten. Okay, meine Herdenschutzhunde dürfen ihren Job noch nachgehen. Aber ich muss da halt einfach auch ein bisschen eine Ersatzbefriedigung schaffen. Wenn ich jetzt wirklich einen Labrador, einen Beagle oder einen Terrier habe, so einen Nasenhund, ja, dann muss ich halt vielleicht mal Nasenarbeit machen. Und mit meinen Hütehunden, ja, da muss ich halt schon mal irgendwelche Aufgaben machen, wo der Hund schauen kann. Deswegen, ich finde Tricks bei diesen Hunden wirklich gut, weil, was ist, wir haben die Augen dabei. Es ist nicht super schnell, es ist nicht aufpuschend. Außer, ich kann natürlich alles aufpuschen bei diesen Hunden, aber Tricks, das macht die Fee auch. Da ist die nicht so aufgepuscht. Und finde ich, wie gesagt, echt mega cool bei diesen Hunden. Und sie müssen wieder gucken und sie müssen halt wieder auf kleinste Signale reagieren. Und natürlich dieser Ordnungswahn. Also ich hatte auch mal einen Border Collie bei mir im Unterricht. Also die Frau, da haben die Stiefel mehr gekostet als mein ganzer Kleiderschrank. Also Praterstiefel und etc. Der Hund immer weiß, also das Weiß immer weiß, also auch im Winter weiß. Also mein weißer Hund ist im Winter ein bisschen gelb, aber immer weiß und es fällt glänzend. Und die hat zwölf Monate, hat die Spot on bekommen, dass da ja keine Zecke hingeht oder kein Floh hingeht. Die hat die Mentholstangerl bekommen, dass sie keinen Mundgeruch hat. Die wurde mit Nerdshampoo jedes Mal, wenn sie vom Spaziergang gekommen ist, abgeduscht und, und, und. Die durfte sich halt quasi nicht wälzen, die durfte sich nicht dreckig machen. War halt schon ein bisschen auch Prestige zu den Praterschuhen. Und wie gesagt, Stress, Stress, Stress. Und irgendwann, ja, da läuft halt dieses Fass über. Und wie gesagt, die Hütehunde neigen dann halt einfach auch eher im Übersprung Handlungen, in Stereotopien, in Verhaltensauffälligkeiten. Schnelles Lernen. Ja, das ist eines der Hauptkunde, weshalb man sich diesen Hund natürlich auch holt. Ja, die lernen so schnell. Ja, sage ich nichts, dass die Hunde super schnell Kommandos lernen, Rituale lernen und Regeln lernen. Aber, das große Problem ist, ja, sie lernen aber auch unsere Fehler schneller und sie lernen irgendwie die Schlupflöcher im System. Und sie lernen alles irgendwie so schnell. Und leider eben auch die negativen Dinge. Also diese schnelle Lernen ist ja nicht nur für positive Dinge. Und wenn ich da bei meiner Herdenschutzhündin einen Fehler mache, die verzeiht es mir. Wenn ich bei der Ferien Fehler mache, die, das habe ich, das muss ich dann noch mal drei Wochen ausbügeln. Die Isi, die, der Charlie, selbst der Charlie, jeder meiner Hunde verzeiht einen Fehler. Fähnig. Fähnig. Ich weiß sofort, was habe ich da eigentlich gemacht? Und dann überlege ich, oh Gott, gestern, ah ja, da hat sie wieder das Schlupfloch gefunden. Das darf ich wirklich dann wieder drei Wochen ausbügeln bei ihr. Ja, sag immer, ich bin froh, dass ich, oder halt wie gesagt, mit sieben oder mit sechs schlumpfigen Hunden zusammenlebe und nur einen intelligenten Hund habe. Aber wenn ich, wenn ich noch eine Fee hätte, ich glaube also manchmal würde ich mir die Kugel geben. Die ist mir manchmal auch echt so intelligent. Die, die, die beobachtet mich, die, die weiß, wie sie mich da auch irgendwie rausholt. Wenn ich zum Beispiel am Anfang mit Kundschaft geredet habe, also ich habe für meine Bodenarbeit, habe ich Autoreifen. Und sie weiß, sie darf den Autoreifen nicht nehmen. Also mein Schäferhund trägt für sein Leben gerne Autoreifen rum. Also sie hat auch so eine Taktik. Die schafft es wirklich, diesen Autoreifen also aufzuklappen. Dann geht die mit dem Kopf rein und dann trägt die den quasi wie eine Halskette. Das ist ihr liebstes Hobby, Autoreifen umeinander zu tragen. Und sie darf es natürlich nicht, weil wegen den Zähnen ist das jetzt nicht so toll, wenn die da ewig auf diesen Gummi rumweist. So, und was hat sie natürlich gemacht? Ja, sie beobachtet mich, sie beobachtet mich und sie beobachtet mich. Und wenn ich mit Kundschaft geredet habe und so gedanklich gar nicht mehr bei ihr war, dann hat sie sich davongestohlen. Dann ist sie durch den Zaun, dann ist sie in den Bodenarbeitsplatz und dann hat sie den Reifen genommen. Und dann ist sie mit dem Reifen umeinander gelaufen. Jetzt war allerdings ihr einziges Problem, ich musste das ja jetzt sehen, weil, ne, also das geht ja jetzt gar nicht, dass sie irgendetwas macht, das ich da nicht sehe. Dann ist sie da anscheinend, weil sie nicht fünf Minuten umeinander gelaufen und dann hat sie den Reifen fallen lassen und dann hat sie sich hingestellt und dann hat sie gebellt. Und dann wusste sie genau, jetzt hat sie mich. Jetzt unterbreche ich dieses Gespräch mit dem anderen, jetzt schaue ich zu ihr hoch und jetzt schimpfe ich natürlich. Aber das war ihr dann egal. Dann habe ich sie wieder gerufen und dann hat sie mich wieder beobachtet und dann hat sie sich wieder davongestohlen. Also, die sind natürlich sehr, sehr, sehr schlau, diese Hunde. Wie gesagt, manchmal denke ich mir, die Fee ist wirklich schlauer als ich. Auf der einen Seite haben wir, wie gesagt, dieses schnelle Lernen, auf der anderen Seite haben wir aber diese Sturheit und dieses Durchhaltevermögen bei diesen Hunden, was ja natürlich auch gewünscht und gewollt ist. Das habe ich ja schon gesagt. Wenn ich jetzt natürlich so einen Hund habe und der Schafbock rammt da einmal meinen Hund und der sagt, nee, da gehe ich nie wieder hin und der hat mich besser angeschaut. Ja, was will ich denn mit so einem Hund? Ich brauche da natürlich einen Hund im Durchhaltevermögen. Ich brauche da natürlich einen Hund, der 87 Mal jetzt zu Uschi, der Schafsmutter, da hinlaufe und der sagt, du bleibst jetzt da auf der rechten Seite und du gehst jetzt da nicht zu den Bäumen auf die linke Seite. Und viele Hunde würden ja sagen, so ein Herdenschutzhund, der wird da einmal hingehen und wird dann vielleicht unter Umständen sagen, ja, Uschi, du bleibst jetzt da und dann beim zweiten Mal zeigt der Herdenschutzhund dir dann schon den Mittelfinger. Die haben halt eben nicht so ein Durchhaltevermögen und diese Sturheit, die eben ein Hütehund hat. Und das bereitet uns dann natürlich auch im Zusammenleben Probleme. Aber es ist drinnen in den Hunden. Also man muss da halt einfach sturer werden. Man muss da halt mehr Durchhaltevermögen haben, man muss da viel managen, dass die Hunde halt eben nicht stur sein können, zumindest nicht stur sein können, wenn ich keine Zeit habe oder wenn ich dann eben kein Durchhaltevermögen habe, weil ich weiß, in fünf Minuten muss ich jetzt in die Arbeit fahren, ja, dann gehe ich dann vielleicht mit meinem Hund mit der Schleppleine in den Garten rein und manage den Hund und wenn ich dann Nachmittagszeit habe, ja, dann, ja, dann können wir es aber auch mal ausschmatzen, wir beiden. Ja, aber, genau, die sind nicht dominant, deswegen noch einmal, es ist eine, ein Verhalten, das gewollt war und das bewusst eben ja auch selektiert wurde. Wie gesagt, ein Hund, der jetzt dann nicht mehr hingeht, der bringt mir halt nichts. Ein Hund, der sagt, du, es ist aber jetzt, ich weiß nicht, nicht 30 Grad, ich habe jetzt keinen Bock, ja, was will denn der Schäfer mit so einem Hund, wenn denn jetzt 600 Schafe auf die Straße laufen? So ein Hund bringt da halt einfach nichts und er ist ja dann natürlich auch eine Gefahr. Also, nächstes Mal eure Hunde diesbezüglich anders anschauen und sagen, du arme Socke kannst ja gar nichts dafür, dass du jetzt so stur bist. Okay, ab heute bin ich einfach viel sturer. Auch diese große Energie, die die haben, ich denke mir, also, wie gesagt, wir waren, wann waren wir jetzt spazieren? Am 25. oder sowas, waren wir zwei oder drei Stunden an der Isar spazieren und wo ich mir denke, der Hund ist neuneinhalb Jahre alt und die läuft, die ist gerannt, die ist gerannt, vor, zurück, also sie hat immer eine Leine dann im Maul und das muss sie ja dann tragen und das muss sie dann auch so beuteln und da muss man sich dann drauf wälzen und sowas und die ist aber auf den Damm, Damm runter, Damm hoch, Damm runter, Damm hoch, Damm runter, Damm hoch. Man hat nicht gemerkt, dass dieser Hund neuneinhalb Jahre ist. Okay, also muss ich schon sagen, mit zwei Jahren, da war sie bis in die letzte Sequenz im Galopp. Diesmal hat man dann schon gemerkt, ja, beim Zurückkommen war es ein Trab, aber beim Weglaufen war es dann wieder runter, war es immer im Galopp, beim Hoch- und Herlaufen war es dann ein Trab. Also ein bisschen hat man es an der Gangart gesehen, aber ansonsten, sie hat eine Energie, das ist Wahnsinn, aber auch das ist ja auch wichtig bei diesen Hunden, die mussten über ihre Belastungsgrenze hinaus arbeiten. Ich sage ja, weil es bringt ja einem nichts, wenn der Hund jetzt nach fünf Stunden sagt, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt habe ich Durst, ich habe Muskelkater, nee, es ist zu heiß, nee, der Boden ist zu steinig. Das hat übrigens auch mein Schäfer gesagt, ich sage ja, der hatte zwei altdeutsche Hütehunde und zwei Border Collies, und der hat gesagt, die Border Collies hat er eigentlich aber auch nur deswegen, wenn er mal nicht da ist, weil seine Altdeutschen, die, also was heißt, gehorchen nur ihm, da, ich habe es auch tatsächlich ausgetestet, ich habe mir seinen Pfiff da quasi gemerkt oder sein Kommando gemerkt und als er da mal nicht hingeguckt hat, habe ich zu seinem Räuber gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr, es ist schon Jahre her, aber ich habe irgendwie zu seinem Räuber dieses Kommando gesagt und der Räuber hat mich angeguckt, hä, was pfiffst denn du jetzt? Und dann hat der Schäfer das gleiche Kommando gesagt, und dann ist Räuber losgerannt. Und er hat gesagt, er hat halt eben die Border Collies, weil die quasi jedem gehorchen. Also bei den Border Collies hat er eine Pfeife und da könnte er jeden hinstellen. Dann kann er den Leuten sagen, der Pfiff ist für rechts, der Pfiff ist für links, der Pfiff ist für komm her, der Pfiff ist für stehbleiben. Und wenn er mal nicht da ist oder wenn er mal einen Arzttermin hat oder sowas, dann kann, oder muss ja seine Herde auch betreut werden und da würden die Altdeutschen überhaupt nichts bringen und da hat er dann deswegen bewusst die Border Collie. Er sagt aber auch, er hatte damals so ein schlechtes Jahr, da war in der Isar sehr, 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 sehr wenig Gras und da musste er dann irgendwo anders hingehen und da war der Boden härter, sagt er, haben die Border Collies nicht geschafft. Haben die Border Collies von den Pfoten, wenn die da so lange rennen müssen, hatten so offene Pfoten, waren die Altdeutschen ganz, 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 ganz anders. Aber, wie gesagt, noch einmal, viele dieser Hunderassen mussten über ihre Belastungsgrenze hinaus arbeiten, egal wie erschöpft die waren, die mussten weitermachen. Ja, und das ist natürlich auch wieder so ein kleines Problem für den Alltag, die haben halt keinen Ausschalter und die Ruhe muss deswegen gezielt am Anfang auch ein bisschen gezwungen und gelernt werden. Genau. Und es ist ja egal. Also ich habe halt immer so drei Ruhezonen. Ich habe auf der einen Seite, dass ich einen Deckel hinlege und sage, leg dich jetzt einfach mal auf die Decke hin oder ich habe aber auch mit der Fee ganz viel oder auch mit den Welpen ganz viel über Anbinden einfach gemacht. Ich habe sie mit hinter zum Pferd genommen und während ich da jetzt, weiß ich nicht, die zehn Minuten ausgemistet habe, dann habe ich sie da einfach mal angebunden. Und während ich jetzt den Hühner gefüttert habe und die Voliere gefüttert habe, ja, da hingen einfach mal so die fünf Minuten irgendwo ein Welpe umeinander. Also, sie wissen, wenn ich irgendwo mit einer Leine hänge, ist egal, wo ich mit einer Leine hänge, ich habe das dann auch mal im Wald gemacht. Ich habe die im Wald und einfach mal angebunden und bin dann mal in den Wald reingegangen und habe da blöd geschaut. Ja, okay, ich hatte ja in der keine Aufgabe, aber ich habe gesagt, okay, jetzt machen wir einfach mal so zwei Minuten Warterübung im Wald. So, dann bin ich wieder zurückgegangen, habe sie abgebunden und dann sind wir weitergegangen. Und die wissen halt einfach, wenn sie angebunden werden, ja, es hat einfach Ruhe. Das ist wirklich bei denen auch quasi konditioniert. Ja, und dann haben wir auf der einen Seite dann noch eben eine Box, dass wir gesagt haben, so, jetzt geh einfach mal kurz auch in deine Box rein. Okay, alles easy peasy und jetzt darfst du wieder raus. Und gerade die Welpies, die lieben halt einfach die Box. Ich habe jetzt mittlerweile keine Box mehr, sondern so ein Gitter und da steht ihr auch den ganzen Tag auf. Und die gehen da aber rein, wenn die ihre Ruhe haben wollen. Und auch gerade Charlie, Charlie liebt dieses Gitter. Also es ist, wie gesagt, ein großes Gitter. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Quadratmeter. Das ist eh schon das halbe Zimmer von mir. Aber es ist eben dieses Gitter drum. Also so ein Welpengitter habe ich. Und wie gesagt, die pürst du den ganzen Tag auf. Aber trotzdem ist es für die Hunde einfach was anderes. Es ist ihr Bereich. Es ist irgendwie abgegrenzt. Da latscht keiner rein. Da geht keiner rein. Da sind ihre Decken drin. Da sind ihre Körbchen drin. Und die gehen da einfach gerne rein. Die gehen rein und machen da halt einfach Pause, weil ich es am Anfang mit ihnen so trainiert habe. Und genau, dann haben wir Geräuschempfindlichkeit. Vor allem bei den britischen Hütehunden haben wir ganz viel Geräuschempfindlichkeit. Ich habe viele Border Collie, wenn die an der Straße gehen. Viele Shelties, viele Collies, die völlig reizüberflutet sind, die auch umlenken, wo man den einfach merkt, die zum Zittern anfangen, weil natürlich diese Hunde auf weite Distanzen, auf leiseste Pfiffe reagieren mussten. Und da war ja auch nichts. Da waren keine Autos. Ja, klar, unten an den Farmen, da war schon mal ein Bauer und da war dann schon mal irgendwie Menschen und da war dann auch mal ein Viehtransporter und da war dann auch mal ein Traktor. Aber es war halt nicht so viele Autos, es waren nicht so viele Enge, es waren nicht so viele Leute da und deswegen gerade bei den britischen Hütehunden habe ich eben sehr, sehr häufig diese Erzählungen, ich kann mit dem Hund nicht an der Straße gehen, ich kann mit dem Hund nicht irgendwie durch die Stadt gehen, weil die halt wahnsinnig geräuschempfindlich sind. Hüten muss man halt einfach auch wissen, weil viele Leute wundern sich ja immer, dass Hütehunde, ja, so ein genial Jogger jagen und den Reh hinterherrennen und viele, wenn ich frage, warum hast du dir denn einen Hütehund, übrigens genau das Gleiche mit Herdenschutzhunde, warum hast du dir denn jetzt einen Herdenschutzhund geholt? Ja, ich wollte keinen Jagdhund. Du hast aber mit dem Border Collie einen Jagdhund. Nee, nee, Bartluck, ich habe doch da einen Hütehund. Ja, aber was ist denn Hüten? Ja, Hüten ist Hüten. Ja, aber man braucht ja, wie gesagt, eine Motivation, also man braucht ja irgendwie so einen Anreiz. Und das ist halt im Endeffekt, alle Sequenzen aus dem Beutefangverhalten haben unsere Border Collies. Dieses Bogenlaufen, den abgesenkten Vorderkörper, eingezogene Route, Fixierblick, langsamer Schritt. Das haben ja eben diese Kälpies ganz viel drin, die Kettles, die Border Collies. Ja, das ist halt bei denen Beutefangverhalten. Und deswegen, ja, kann man sich dann auch nicht wundern, wenn das Schaf im Wald kommt, wenn das Reh im Wald davonrennt, dass diese Hunde dann auch eher geneigt sind, hinterher zu laufen, als jetzt vielleicht ein Labrador. Obwohl der Labrador eher dann mal ein Jagdhund ist, aber der Labrador ist ja ein Hund nach dem Schuss. Und deswegen sollte eigentlich, ein Labrador, Betonung liegt auf eigentlich, nicht dem Reh hinterher laufen, weil eigentlich, rein von der Genetik, der Hund eben nach dem Schuss zum Apportieren da. Betonung liegt auf eigentlich. Jagdverhalten, Border eben arbeiten fast zu 100 Prozent über Jagdverhalten, das habe ich ja schon gesagt. Gerd Leder, der gesagt hat, also der Ferrari mit angezogener Handbremse, es ist eben selektiert worden, jederzeit das Jagen zu kontrollieren und zu unterbrechen. Und auch Hunde, also allgemein Hütehunde, die irgendwelche Prüfungen laufen, ist doch jetzt völlig egal, ob das jetzt Schutz, ob das Aggie, ob das, keine Ahnung, was jetzt da noch so ist, Treibball oder sowas, die werden halt sehr häufig auch über das Beutefangverhalten ausgebildet. Bällchen als Bestätigung. Ich war ja auch mal mit meiner, was war denn das, Portugiesin im Agility-Verein vor, weiß ich nicht, vor 16 Jahren oder sowas. Ja, und da, siehst du, hat natürlich kein Ball hinterher gerannt. Also wir haben da noch nicht mal irgendwie so einen Blumentopf irgendwie gewinnen können, weil Hanni und Mali haben gesagt, wie, was? Okay, Jan hat jetzt gesagt, sitz und dann bleibe ich jetzt da sitzen. Und bis die mal aufgestanden sind und zum ersten Hindernis gelaufen sind und da drüber gesprungen sind, da sind erstmal schon mal fünf Sekunden vergangen. Und wenn ich das natürlich mit einem Hütehund mache und den drüber springen lasse und ein Bällchen schmeiße und ihm über die Ahrwand und ein Bällchen schmeiße, dann werden die halt immer schneller und immer schmäler und immer schneller. Aber ich bin halt da im Jagdverhalten drin. Das muss man halt einfach auch sagen. Auch die Malis, die natürlich im Schutzdienst ausgebildet werden über Bällchen, geht ja auch über Beutefangverhalten. Und das ist halt eben das Problem. Macht das mal mit einem Husky. Macht das mal mit einem Herdenschutzhund. Lass den mal über ein Hindernis springen und werfen Ball. Die Isi, die wird mich anschauen und wird sagen, spinnst du heute? Hä? Also abgesehen davon, dass ich mich hier schon mal herabgelassen habe, über dieses eine Hindernis zu springen und jetzt soll ich noch das Ding da hinten holen. Also übertreiben muss man jetzt auch mal hier nicht. Und man merkt aber sofort die zwei Schäfers. Viehchen natürlich und der Charlie. Charlie sagt, er ist ein Labrador-Schäferhund-Mischling. Der ist auch ballgeil. Vieh ist natürlich auch, ich habe sie mit einem halben Jahr bekommen, auch ausgebildet worden über Bällchen, angefangen im Schutzdienst und ist sofort da. Aber es ist natürlich Jagdverhalten. Und dann habe ich euch noch hier so eine wunderschöne Auflistung. Ich finde es immer wieder toll. Also ich liebe ja diese Auflistung, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ich habe auch hier die Quelle dazu gemacht, wenn ihr, ach nicht mal, in der nächsten Seite, ich habe ja noch was hier umkreist. Also, diese roten, das sind die Ursprungstypen, die Urtypen, sage ich mal. Was ich ja total süß finde, dass bei den, ne, stopp, bei den Urtypen, zum Beispiel, dieser Laso Absur dabei ist. Der Laso Absur, das ist ja so ein kleiner Plüsch, so eine kleine Fußhupe, ich darf das sagen, weil ich selber zwei kleine Fußpupen zu Hause habe. Ich liebe ja auch Kleinhunde, muss ich ja auch zugeben. Aber ich finde es ja so witzig, dass der Laso Absur, ne, sag ich ja, so ein kleiner Hund mit viel Fell und mit kurzem Beinchen, hier bei den Urtypen ist und, okay, Akita kann man bei den Urtypen und tschau tschau bei den Urtypen, aber dieser Laso Absur, den finde ich schon echt witzig. Diese beigen Hunde, das sind quasi die Hütehunde, die blauen, alles was hier so blau ist, ist eigentlich der Jagdhund und hier unten, das sind es ja wirklich jetzt mal die Bauernhunde, ne, also die großen Wachhunde. So. Und warum interessiert uns das jetzt? Wenn wir da nämlich mal genau schauen, dann haben wir hier, ich sage ja blau, Jagdhund, da haben wir hier zum Beispiel den Bobtail schon drin, Old English Shipdog. Ja, also schaut mal, wie viel hier beim Bobtail vom Jagdhund dabei ist. Mhm. Dann haben wir hier den Border Collie. Schaut mal, wie viel tatsächlich hier vom Border Collie Jagdhund dabei ist. Also ganz wenig, wenn wir hier eben dieses Beige wieder nehmen, schaut mal ganz wenig eigentlich vom Hüter. Ja, okay, Urtyp auch. Also, wie gesagt, ganz, ganz, ganz viel Jagdhund. Und was macht denn ja natürlich auch der Border Collie, wenn er so da steht? Schaut euch doch einfach mal einen Vorsteherhund an, schaut euch mal einen Zetter an. Die stehen ja nicht unbedingt anders da als jetzt ein Pointer oder ein Zetter. Jo. Und da haben wir dann hier unten bei den Bauernhunden den deutschen Schäferhund. Den deutschen Schäferhund hätte man ja eher hier oben so ein bisschen erwartet. Ganz witzig, der deutsche Schäferhund eher bei den Molossern. Da schaut es mal bei der Bulldogge, beim Rottweiler, beim Bullmastiff, beim Boxer. Ja, aber schaut einfach auch so ein bisschen den deutschen Schäferhund an. Die Läfzen von denen, ich meine, die haben ja schon so ein bisschen auch Bindegewebsschwäche, wie halt so viele von diesen Molossern. Und auch hier der Australian Shepherd, auch tatsächlich hier bei den Jagdhunden drin. Und hier oben, ja okay, oh, da habe ich ein bisschen Wischel weggemacht. Da haben wir den belgischen Schäferhund, der Tim Würen und den kleinen Schelti. Ja, der ist dann hier vielleicht bei den Hütehunden drin. Schade, dass sie nicht mehr haben. Also so eine ganze Liste von so allen Hunden, das wäre dann schon mal echt wahnsinnig interessant. Wie gesagt, ich finde den Lazo absolut bloß hier so witzig. Pekingesen finde ich auch hier so echt hier oben drin. Schaut mal, Pekingese haben wir oben bei den Hütehunden eher und der Border Collie ist nicht drin. Ich finde es ja so witzig hier. Genau, und hier habe ich Quellen, Quellen. die Quelle drin, wo ihr das nachlesen könnt. Ich finde es so mega, 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 diese Quelle. Genau, dann haben wir auf der einen Seite leider Gottes ein bisschen unsere Bell-Junkies, wo ist mein Holz schon wieder? Toi, 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 viel bellt nicht. Außer natürlich, sie hat den Reifen, den Autoreifen und ich sehe nicht, dass sie den Autoreifen hat, dann bellt sie auch. Aber ja, ansonsten haben wir ja ganz viele Hunde von diesen Hütehunden, die wirklich bellen. Auf der einen Seite habe ich es ja schon gesagt, das ist ja eher wünscht. Zum Beispiel beim Appenzeller, beim Entlebucher ist es halt einfach erwünscht und die schlagen halt dann eben auch an bei den leisesten Geräuschen. Auf der einen Seite ist aber auch das Kläffen so ein bisschen genetisch fixiert, beim Deutschen Schäferhund und beim Mallis. Die sollen ja auch auf dem auf dem Hundeplatz tatsächlich bellen und verbellen. Nein, die sollen ja auch tatsächlich den Figuranten verbellen. Tina, die Quellenangabe, ihr kriegt da das Skript zugeschickt. Er langt dir das? Also ihr kriegt das Skript ja zugeschickt, wenn ich die Aufzeichnung schicke und genau, da hast du die Quellenangabe. Deswegen habe ich es euch reingetan. Weil, da könnte ich mich da immer so totquatschen an dieser Narzisstik. Genau, und es ist wirklich das bei diesen deutschen Schäferhunden. Viele kommen ja dann schon mit acht Wochen zu mir und ja, so acht Wochen, neun Wochen, zehn Wochen und sind dann noch sehr leise. Und ich sage zu den Leuten, wahrscheinlich, also mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, wenn der Hund ungefähr vier Monate ist, wird er anfangen zu bellen. Du wirst mit dem Hund spazieren gehen und dann kommt der Jogger und dein Hund wird sich hinstellen und wird wuff, 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 wuff machen. Dann schauen die mich immer mit riesengroßen Augen an, schauen dann runter zu ihrem ruhigen Hund. Also vorausgesetzt, der ist mit zwölf Wochen noch ruhig. Manche sind ja schon mit acht Wochen, dass sie Dauer bellen. Und dann sind sie auch ein bisschen verschreckt und sagen sie, ja, was soll ich denn da machen? Dann sage ich, ja, auf alle Fälle nicht weitergehen, auf alle Fälle es ernst nehmen, auf alle Fälle stehen bleiben, auf alle Fälle das Gegenüber bitten, sofort stehen zu bleiben. Und auf alle Fälle erst weitergehen, wenn der Hund aufgehört hat. Weil es ist halt einfach genetisch drin bei deinem deutschen Schäferhund. Ja, wieso ist das genetisch drin? Ja, Schäferhundvereinsplatz. Nochmal, da will man ja auch dieses verbellen. Wuff, 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 wuff. Und dann sagen ganz viele auch, ja, aber die Arne, ich habe den aber jetzt wirklich vom Bauernhof, ja, aber trotzdem irgendwo haben wir aber einen Opa, eine Oma oder was weiß ich, eine Tante, die aber trotzdem aus dem Schäferhundvereins kam. Und wie gesagt, es ist einfach genetisch fixiert, auch bei den Mallis. Und die meisten sagen dann, boah, Diana, du hast echt recht gehabt, du, mit 16 Wochen, wir sind spazieren gegangen und auf einmal schießt der vor und welt und welt und welt und welt und welt und ich war total erschrocken und dann war irgendwie so, ja, okay, wuss. Und ja, ja, zumindest halt am Anfang. Aber wenn jetzt der Kleine, weil jetzt er gerade im Chat ist, aber ich kann noch nicht jeden Jogger immer bitten, stehen zu bleiben, aber zumindest, dass der Kleine jetzt nicht lernt, ich verbelle das schon. Jetzt hast du so einen 16 Wochen alten Welpen und der, warum auch immer, fängt jetzt da gerade an und verbellt dir jetzt tatsächlich einen Jogger. Dann kann es sich natürlich weiter mitnehmen, dass der dann immer mehr und immer mehr und immer mehr, weil er diesen Erfolg hat. Und wenn du aber bei den ersten, ich sage jetzt mal, zehn stehen bleibst und tatsächlich Ruhe reinbringst und dann natürlich logischerweise Frustrationstoleranz zu Hause aufbaust und dann natürlich in den Impulskontroller reingehst, dann hast du gute Chancen, dass dein Hund halt nicht ewig in dieses Verhalten reingeht. Das meine ich, nee, natürlich sollst du jetzt nicht die nächsten 15 Jahre bei jedem Jogger sagen, bitte bleiben Sie stehen. Aber wie gesagt, halt das erste oder die ersten Male sind halt einfach so wichtig. und wie gesagt, wenn der kleine Scheißer ja eben anfängt, ich sage ja, und da kommt ein anderer Hund und der ist jetzt vielleicht ein Bulldogger und der schnauft jetzt so ein bisschen komisch und der macht Wuff, 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 macht dann so und der Kleine hat einfach Recht damit bekommen und er hat dieses, oh cool, die rennen jetzt alle weg und ja, und ich kriege jetzt eine Aufmerksamkeit und denkt auch da dran, wir waren alle selber mal Kinder, auch eine negative Aufmerksamkeit ist eine Aufmerksamkeit, dann ist das halt richtig doof. Und ich frage halt, ich kriege halt die meistens dann mit acht, neun Monate und da sind die schon im Dauerbellen, ich habe jetzt gerade im Moment einen graumelierten Schäferhund, ich weiß jetzt gar nicht, wie alt der ist, der dürfte elf Monate, zwölf Monate, ich sage es euch, Leute, ich schwöre euch, der war die ersten zehn Male kam der Hund nicht aus dem Brotokaus. Die ersten zehn Male und der hat heute noch, wenn er wirklich eine stressige Woche hat, dass er echt die erste Viertelstunde im Auto sitzen muss, weil der so in dieses, ich sage es jetzt schon, fast Stereotype, Kläffen kommt, der kläfft einfach ohne Hirn und Verstand. Und wie gesagt, er war die ersten zehn Male nur im Auto und dann immer Klappe auf, Klappe zu, Klappe auf, Klappe zu, Klappe auf, Klappe zu. Wenn er gebellt hat, wird die Klappe zugemacht, wenn er ruhig war, wird die Klappe aufgemacht und dann ist schon langsam weniger geworden und wie gesagt, wenn er aber, oder der Besitzer eine schlechte Woche hat, und so fort. Da braucht er echt lange, um wieder runterzukommen. Dann haben wir auf der einen Seite natürlich das Frustbellen durch die A-Typ-Mentalität. Ich darf das jetzt auch so sagen, weil ich selber ein A-Typ bin, aber die meisten Hütehunde sind ja auch die A-Typen, die aktiven, nach vorwärts gerichteten A-Ski-Hunde. A-Typ A, A-Ski, B-Typ die Bescheidenen. Meine Mutter ist der B-Typ, ich bin der A-Typ. Wir brauchen uns auch beide, weil ich bin dann eher die, die mal irgendwie macht und meine Mutter würde gar nicht machen. Also meine Mama ist eher dann die Ängstliche, die dann sagt, nee, das Kunststück können wir nicht kaufen und ich so, ach komm, unterstreifen wir den Kaufvertrag ohne Kredit so ungefähr. Und diese A-Typen brauchen wir natürlich bei den Hütehunden, weil wir brauchen ja natürlich einen Hund, der drangeht. Wir brauchen ja einen Hund, der jetzt nicht großartig drüber nachdenkt. Wir brauchen ja natürlich den Hund, sag ja, der nicht erschreckt, wenn da mal ausgetreten oder auf die Hürndel genommen wird und der wieder reingeht und der so ein richtiger Optimist ist und so, boah, ist egal, wie groß der Bulle ist, ich gehe halt da wieder rein. Brauche ich. Aber wir A-Typen haben halt leider Gottes so ein großes Problem. Ja, wenn dann mal was nicht klappt, dann sind wir halt auch sehr schnell gefrustet. Und deswegen haben wir eben auch bei diesen A-Typen sehr häufig diese, ja, Bail-Junkies, die, ja, wenn sie was nicht dürfen, sie denken jetzt so, ich will ja zu dem anderen Hund hin und Besitzer sagt, nö, du darfst nicht hin. Dann so, fäf, 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 fäf. Wenn es dann noch eben erwünscht, wie beim Appenzell und genetisch fixiert, wie beim deutschen Schäferhund, in dieser Frustgeschichte, Stunden, ne, das ist Wahnsinn, die kriegst du da gar nicht mehr raus. Oder auf der anderen Seite haben wir aber dann immer wieder unsere Wachhund-Eigenschaften beim Aussie, beim Appenzeller, beim deutschen Schäferhund, weshalb wir da auch sehr viele Bail-Junkies haben. Genau, wenn euch bezüglich Bällen habe ich, müssen wir gleich gucken, auf der letzten Seite habe ich die neuen Termine, habe ich irgendwann mal auch am Montag einen kostenlosen Vortrag über Bellen, also warum Hunde bellen und dann einen Donnerstag darauf folgenden Kurs, ja, das Leben mit einem Bellhund, wie man dann halt quasi das Training auch angeht bei solchen Hunden. Ne, wenn ihr so einen Bell-Junkie haben sollt, vielleicht interessiert sich ja. Dann eben das territoriale Verhalten, ja, habe ich ja schon gesagt, Wachhund-Eigenschaften waren halt oft erwünscht. Ne, und ich kann nicht auf der einen Seite sagen, ja, du dürftest immer die Pferde bewachen und du musstest auf die Sättel aufpassen, aber ja, jetzt in Deutschland, in der Mietwohnung passt das halt nicht mehr so. Ist halt schwierig, ne, und gerade auch, wenn ich jetzt eben auch über Herdenschutzhunde rede, deswegen knallen halt so viele Hunde durch. Es, wie gesagt, ich habe ganz, ganz, ganz viele Herdenschutzhunde bei mir, die wirklich schwer gebissen haben, die Durchknallen, die wirklich nicht haltbar waren, weil sie einfach in den Händen nicht nachgehen durften, weil sie irgendwo in München leben, weil sie irgendwo, ich sage ja, in so einem Familienhaus leben und eben nicht bellen dürfen und dann dieses Verhalten nicht zeigen dürfen und weil es gedeckelt wurde, weil mit Wasser und weil mit Wegdringen und weil und weil und weil, sie knallen durch die Sonne. Und ich glaube eben auch ganz viele Aussies, ganz viele Appenzeller, die es logischerweise ja auch vielleicht nicht dürfen, ist auch okay, aber die dann mit Druck gearbeitet werden und die richtigen Granaten werden. Also wir reden von Granaten eben auch bei den Herdenschutzhunden und bei mir haben die in der Regel gar kein Problem mehr, die Herdenschutzhunden. Ich meine, die sind bei mir, die dürfen dann auch bellen, die dürfen dann zauen, die müssen nicht mit in die Stadt, die liegen den ganzen Tag irgendwo meinander. Ich finde Herdenschutzhunde einfach mega cool, auch in der Pension, weil die brauchen halt nichts, mit denen muss man nicht umspazieren gehen, liegen sie im Grundstück oder liegen sie den ganzen Tag rum, dann kommt mal einer und bellen sie mal. Okay, dann schicke ich sie auch weg vom Zaun und sage, ey, das ist mein Zaun. Ah, super, ja, klasse, ihr seid alle die Besten, aber trotzdem ist das jetzt mein Zaun hier und dann stelle ich mich davor und dann ist es auch wieder gut und die sind einfach happy und zufrieden, diese Hunde und viele oder einige, die wir dann wieder in die Vermittlung reingeben, also wir suchen ja schon echt Leute aus, die so ungefähr auch wohnen wie ich, die jetzt die Hunde eben dann nicht von A nach B schleppen, aber wir hatten jetzt tatsächlich einen, das war auch irgendwie so ein Herdenschutzhund, Mischling, zwei Wochen hat es gedauert, dann hat er das erste Mal zugebissen, dann hat sie mich angerufen, von Ordiane und dann sage ich, ich habe den zwei Jahre gehabt, nichts, es war nichts, der kam mit Beißverfall, der wurde sogar tatsächlich geblasen, also da musste einer hin, musste mit so einem Blasschussgerät den Hund von der Weite sedieren, dann kam der zu mir, der war, okay, zwei Monate war er ziemlich skeptisch und misstrauisch und dann war nichts mehr, der war nett, der war zu vorkommen, der Hund, da war gar nichts und zwei Wochen, in der Familie und der Hund dazu gebissen und dann habe ich halt auch gefragt, sage ich, was war, was ist, was ist, ja, sie versteht das auch nicht und dann kam es, ja, wir sind jeden Tag zwei Stunden im Wald spazieren und da haben wir ihn mit und ich sage, Leute, ich habe es euch gesagt, das ist kein Hund, den ihr mitnehmen, lasst ihn einfach zu Hause, geht von mir aus einmal in der Woche in den Wald und ansonsten ist der echt, der ist zufrieden, so wie er halt wirklich ist und da muss man halt echt schauen, also territoriales Verhalten haben wir bei den Hütehunden oft drin, aber auch da, wie gesagt, muss man schauen, nicht abgewöhnen, nicht irgendwie mit Druck drangehen, klar übers Management, dass ich den Hund dann halt einfach auch an der Leine habe, wenn Besuch kommt, dass ich ihm mitnehme, dass ich ihm Ruhe beibringe, dass ich ihm nicht auf eine Decke presse und sage, geh Decke und ich gehe zu Dingen und der Hund liegt irgendwie gepresst auf der Decke und denkt sich, super toll, immer wenn Besuch kommt, dann werde ich auf diese Decke gepresst und auf diese Decke geschickt und das ist immer scheiße und dann bauen sie natürlich noch mehr Agro gegen diesen Besucher aus und natürlich nehme ich dann meine Hunde mit, aber sie dürfen halt dann nicht gleich dran und sie dürfen dann nicht gleich riechen und das wissen halt meine Hunde, also ich sage ja, ich habe ja drei Herdenschutzhunde und die wussten nur von vornherein, ich habe die mit dem Geschäft gehabt, ich habe die dabei gehabt und da kamen Leute und die saßen halt bei mir, Punkt. Und die saßen halt bei mir und die saßen halt bei mir. Es durfte sich keiner anfassen und gerade bei Eisbärchen war das halt sehr schwierig, weil die halt weiß war. Ja, und dann saßen die halt neben mir und so haben die Leute kennengelernt, total neutral und total, ja, entspannt und klar, wenn da jemand am Zaun geht, dann bellen sie mal, aber sobald ich komme und stelle mich daneben die, dann ist da halt einfach auch Ruhe und die docken auch an. Also gerade Eisbärchen ist immer mal eine durch die weiße Farbe, das immer zusammenbricht und die kommt sofort zu mir gelaufen und dockt an und sagt, die alle retten mich mal. Also, das territoriale Verhalten, auch da, die sind nicht dominant, die sind nicht böse, die sind nicht, weiß ich nicht, unterfordert, es ist einfach genetisch drin. Dann habe ich sehr häufig, leider Gottes Statusaggressionen bei diesen Hunden, oft gefördert wegen diesen Statushund. Ich sage, viele Leute, ich sage es jetzt mal, ganz böse, kaufen sich halt einfach auch solche Rassen wegen Eiersatz bei Männern und keine Ahnung was bei den Frauen, ne, also wirklich als Status. Ich bin oft nichts und wenn ich dann so einen Hund führe, dann werde ich angesprochen, klar, und mich nervt das auch echt, wenn ich denn da mal im Urlaub bin und ich gehe mit der Fee durch die Stadt, also normalerweise sage ich ja, nehme ich meine Hunde nicht mit in die Stadt, aber wenn ich dann im Urlaub bin und ich muss dann halt einfach zum Hotel, ich werde so häufig wegen der Fee angesprochen, ist das ein Mali neu? Ja, es ist ein Mali neu. Und dann gehe ich eigentlich schon weiter. Dann sage ich, aber der ist so schön und der ist ja brav. Ja, okay, war auch Heidenarbeit und ich würde ihn nicht wünschen, sich so einen Hund zu holen. Und das ist halt leider Gottes diese Status-Hunde. Ein Border Collie ist ein wunderschöner Hund, ein Aussie ist ein wunderschöner Hund und ein Mali ist ein wunderschöner Hund. Ja, aber oft ist es dann halt einfach so, dass ja diese Hunde hochgelobt werden. Die kriegen eine Krone aufgesetzt und die werden auf den Thronen gehoben und ja, dann hebt halt eben auch mal so ein Hund ab und dann sagt irgendwann auch mal so ein Hund, so, jetzt gehört mir quasi die Welt und jetzt beiß ich dünn halt einfach auch mal ein Besitzer, wenn er mir nicht sofort und unverzüglich das Bällchen bringt. Und wie gesagt, ich habe sehr, sehr, sehr häufig Status-Aggression. Habe ich aber übrigens auch beim Pincha sehr häufig drin. Warum auch immer. Beim Pincha habe ich sehr häufig Status-Aggression, Border Collie, Mali, Aussie, sehr, sehr, sehr häufig eben Status-Aggression. Unruhe und übrigens beim Rhodesian-Ritschbeck auch. Unruhe, Hüppeligkeit, häufiger Denkfehler, oh, mein Hütehund muss total ausgelastet werden und das schon als Welpe. Ja, wenn er mal irgendwas anknabbert, oh, um Gottes Willen, Auslastung, Auslastung, Auslastung. Ja, ein Welpe muss gefördert werden. Da bin ich auch dabei, aber er muss nicht überfordert werden. Das ist halt das Problem, jetzt nicht nur bei den Hüterhunden, sondern meines Erachtens von allen oder von sehr vielen Welpen. Die werden schon viel mitgezogen. Auch Welpengruppen, die dann schon in den Zug reingehen und Zug fahren, muss doch nicht sein. Also ich habe wirklich bis fünf Monaten gar nichts gemacht mit meinen Welpen. Bis vier Monaten waren die nur auf meinem Grundstück. Ich sage, ja, haben alles kennengelernt, haben mich kennengelernt, haben meine Tiere kennengelernt und dann bin ich einmal, weiß ich nicht, 100 Meter rechts und 100 Meter links von meinem Grundstück gegangen und das erste Mal, wo ich, glaube ich, meine Hunde gepackt habe und ins Auto getan habe, das waren so fünf Monate und da sind wir kurz nach Minkhofen gefahren und dann haben wir uns da, habe ich sie aussteigen lassen und dann sind wir da fünf Minuten gestanden und dann haben wir sie reingepackt und dann sind wir daheim gefahren. Und alle haben gesagt, boah und nein und du wirst sehen und oh und deine Welpen und oh, du musst und du musst und du musst und ich bin auch von ganz vielen Trainern angegriffen worden, nein und Sozialisation und Habituation und Umweltgewöhnung, wo ich gesagt habe, ja, schon, ihr habt recht, aber ihr vergesst aber auch eins, wenn ich jetzt irgendwo bin, ich kann nicht alles trainieren, irgendwas wird immer mal das erste Mal sein, ein Aufzug wird immer mal das erste Mal sein, ich muss da nicht, Zug fahren, es wird immer irgendwo überall mal ein erstes Mal geben und ich möchte aber, dass meine Hunde mich kennengelernt haben, dass die wissen, ich kann jederzeit, wenn da irgendwie was Blödes ist, andocken bei der Diane. Ich kann jederzeit, wenn da ein blöder Hund auf mich zukommt, hinter die Diane sich hinstellen und die rettet mich dann und das habe ich meinen Welpen beigebracht, das habe ich allen meinen Hunden beigebracht, ich stelle mich vor jedem meiner Hunde hin und schicke andere Hunde weg, keiner meiner Hunde, ob es der Mali ist, ob es die Herdenschutzhündin, keiner meiner Hunde geht auf andere Hunde los, weil sie gelernt haben, Diane steht da vorne und Diane macht das und Diane macht aber auch und dadurch, dass meine Hunde eben mich kennengelernt haben und ich sie in solchen Situationen nicht hilflos da habe stehen lassen, wie ja viele machen, die gehen dann spazieren und jeder Hund, der kommt, wird beschnuppert und die Hunde wollen schon gar nicht und dann wird da so mein kleiner Welpe von einem anderen über den Haufen gerannt und dann schaut er zu seinem Besitzer und der sieht das gar nicht, weil er mit dem anderen redet und das ist natürlich Worst Case für so einen Hund und diese Überforderung und die Welpe ist die von rechts nach links und ich sage ja, wir sind dann irgendwo hingefahren und dann haben wir uns da fünf Minuten, zehn Minuten hingestellt und dann sind wir wieder heimgegangen oder heimgefahren. Ich habe mich auch mal zehn Minuten an einen Bach hingestellt, weil die Eisbärchen so, oh Gott, was ist denn das? Und dann sage ich, Eisbärchen, das ist jetzt Wasser und da war so eine komische Spiegelung im Wasser, und dann haben wir uns da zehn Minuten hingestellt und am Anfang hat sie geguckt und irgendwann hat sie sich neben mir hingelegt und irgendwann hat sie gepennt neben dem Wasser. So, und die kann ich überall mitnehmen, diese Hunde, weil, ja, weil sie gelernt haben, wenn mal was komisch ist, Diane ist da. Und wie gesagt, das Problem ist natürlich mit dieser Auslastung unserer Hütehunde, ja, die haben Spaß. Die haben überall Spaß. Die haben an allem Spaß. Ob ich jetzt da longiere, ob ich apportiere, ob ich Tricks mache, ob ich blöde, langweilige Bodenarbeit mache, die haben halt immer Spaß. Und deswegen haben wir halt da auch manchmal als Besitzer ein bisschen diesen Ehrgeiz, ja, alles auszuprobieren. Und ich sage ja, dann kommt Montag dies, Dienstag dies und Mittwoch dann jenes. Und meist nehmen wir aber halt auch die schnellen Hundesportarten. Und ja, ich liebe auch die Fee, wenn die über meine 100 Meter Hundeschule läuft im Streckengalopp und ich habe da an dem einen Ende sie hingesetzt und am anderen Ende lege ich den Apportel und boah, da bin ich auch jedes Mal fasziniert. Aber sie muss immer wieder halt auch langsame Sachen machen oder auch gar nicht hinterherlaufen und zuschauen und, und, und. Das habe ich halt sofort mit reingetan. Und eben auch das, ganz wichtig, wenn dein Kind gut in Englisch, aber schlecht in Mathe ist, ja, welche Nachhilfeleger engagieren wir dann? Nehmen wir den Englisch oder den Mathelehrer? Und das ist halt immer das, wenn der Hund gut in der Bewegung, das sind die ja, also im Gegensatz zu den Herdenschutzhunden, die sind halt schlecht in der Bewegung und gut in Ruhe. Da müsste man vielleicht ein bisschen mehr in Bewegung mal rein. Deswegen fahre ich ja auch zweimal in der Woche mit der Easy Rad, damit überhaupt bewegt wird. Aber wenn der Hund unruhig ist, wenn der Hund alles kaputt macht, ja, dann muss ich nicht über noch schneller und noch mehr Dopamin reingehen, sondern runter. Und ich finde, es ist immer so, es fehlt so dieses, dieses Mittelmaß, so Sport ist auf der einen Seite Mord. Es ist nichts mehr Natürliches, was die Hunde machen dürfen. Der Hund muss sich bewegen, aber der Hund muss sich frei bewegen. Der Hund muss sich ungezwungen in seinem Tempo bewegen. Und Sport muss sein und der Hund muss sich auch wirklich auch mal auspowern. Aber das ist halt dann meistens nicht so der Fall. Der powert sich kurz aus, körperlich, aber eben nicht geistig. Aber eben Schlafen und Ruhe muss genauso sein. Und da beginnt eben dieses Ungleichgewicht. Wir haben, die Hunde haben viel, ja, auch aufgezwungene Aktion, aber wenig aufgezwungene Ruhe. Also sie dürfen irgendwie den ganzen Tag dann frei entscheiden. Sie liegen jetzt vorm Fenster, sie liegen vor der Tür, sie liegen vor den Kindern. Ich sage ja, das ist, sie liegen zwar, aber es ist nicht wirklich Ruhe für die Hunde, weil der Hund vielleicht dann nach draußen guckt und schon wieder guckt, wo ist die Katze, wo ist das Kind, oder wenn er vor der Tür ist, die Fee war auch eine Zeit lang, als die sehr jung war und ich habe Katzen, also ich habe halt einfach auch viele Tiere, sage ich ja, und die Katzen sind aber direkt vor meiner Garage, vor meiner Tür auch und die Fee hat sich ganz am Anfang auch immer vor die Türen gelegt, mit der Nase zur Tür, um die Katzen zu riechen. Also klar, die ist da gelegen, die ist auch eine Stunde gelegen, aber trotzdem hat sie sich Informationen über die Katzen geholt. Und dass ich das dann, nein, nach dem zweiten, dritten Tag gemerkt habe, denke mir, oh, die schlägt sich immer da ganz strategisch hin, habe ich die sofort weggeholt, sage ich, nee, du gehst jetzt da in dein Körbchen rein. Also wir haben zu viel Action und zu wenig wirklich Ruhe und wirklich Ruhe meine ich auch mal in einen anderen Raum, dass die Hunde mal wirklich auch weg sind, dass die dann nicht die Kinder haben, die dann vor den Körbchen rumspielen, sondern dass die wirklich mal ja, nichts haben, keine Eindrücke, ich meine, das geht jetzt nicht, keine Eindrücke, weil wenn ich Kinder habe, dann hört natürlich der Hund auch um, vielleicht im Schlafzimmer, da die Kinder unten umeinander rennen, aber ihr wisst, was ich meine, wirklich mal Auszeit und das fehlt mir und dann kann ich doch auch Sport machen mit dem Hund, habe ich doch überhaupt gar kein Thema, aber wer pusht, muss eben auch für Ruhe sorgen. Auch da beginnt wieder dieses Ungleichgewicht. Es wird an den Lauftechniken beim Agi gearbeitet, es wird am Einweisen, beim Apportieren gefeilt und beim Mantrell, der wird am Spüren, das wird immer mehr verfeinert, aber niemand macht sich die Mühe, nachher den Hund runterzufahren und das finde ich, wie gesagt, so schade, es wird zehn Minuten gepusht und dann nach den zehn Minuten wird der Hund sich selber überlassen und dann wird der Hund gepackt und irgendwie ins Auto, völlig oben im Dopamin und in der Erregung und sich selber überlassen und ich habe das bewusst eben auch gemacht mit der Fee, ich habe bewusst sie gepusht und bewusst runtergefahren. Ich habe auch am Anfang den Fehler gemacht, ich habe gar keine Reize mehr an meinen Hund, ich habe nur noch ruhig, das hat dann natürlich auch nicht geklappt und dann habe ich mir gedacht, nee, ich schmeiße jetzt dreimal den Ball, da soll sie auch sofort hinterherlaufen und dann habe ich da meine Decke und dann habe ich die Leine und dann sofort mit der Schleppleine her, geh auf deine Decke. Natürlich ist die jetzt nicht so, dass sie auf ihre Decke dann wieder Herdenschutz umfällt und schnarcht, aber sie hat einfach gelernt, hoch, runter, hoch, runter. Ich habe die longiert, ich habe die um den Longierzickel zwei Minuten laufen lassen und dann habe ich sie einfach ins Platz geschickt oder ich habe sie genommen und mal kurz eben am Zaun angebunden. Immer dieses bewusste Hochfahren, Runterfahren, Hochfahren, Runterfahren. Ich habe das Runterfahren bei ihr gelernt. Wie gesagt, die ist schnell oben, um Gottes Willen, dafür ist sie in Mali. Wenn ich einen Ball habe, die ist so voll auf 180, aber wenn ich die ins Platz reinlege, die schreit nicht, die werkt nicht, die zittert nicht und ich habe den Ball, ja, dann ist das halt einfach so. Wie gesagt, ich werde nie aus der Fee, also da sind wir ja schon wieder in dieser Genetik, ich werde nie aus der Fee meine Easy machen, aber ich kann ihr das Leben halt einfach leichter machen, indem ich sage, so, okay, da ist jetzt der Ball und du schreist nicht, du hast jetzt nicht Impuls von weiß ich nicht und du, du sabberst nicht und wenn du ihn jetzt mal nicht kriegst, dann ist das jetzt halt einfach auch mal nicht schlimm. und das habe ich ihr bewusst beigebracht und deswegen, da würde ich jeden mit so einem übereifrigen Hütehund das halt einfach bitten. Irgendwas, was er gerne macht, ein, zwei Minuten machen und dann Decke und dann wieder runterfahren und dann wieder zehn Sekunden, einmal einen Ball schmeißen und wieder auf die Decke für fünf Minuten und dann wieder einmal, ist doch egal, eine Runde am Longier-Zeckel und dann wieder und dann wieder fünf Minuten Trick-Training und dann wieder zehn Minuten, das ist das bewusst hoch, runter, hoch, runter und dann haben wir natürlich noch die ehrgeizigen Besitzer, sag ja, ich war auch am Anfang wirklich ehrgeizig, die Erwartungshaltung, du bist ein Mali, du musst noch eine Sekunde schneller, du musst immer dann eine drei Meter weiter, du musst immer noch einen Trick mehr und du musst immer perfekter sein und du musst immer näher und ich habe gemerkt, das hat dir nicht gut getan, das hat uns beiden nicht gut getan, wir haben uns da beide echt gepusht und dann bis halt diese Erkenntnis kam, okay, sie ist ein Mali, aber sie ist eigentlich nur ein Hund und ob sie jetzt, weiß ich nicht, den Apportel mir sofort bringt und vorsitzt oder ob sie doch noch eine Runde läuft und das um die umeinander wirbelt, ist doch egal und die Fee kann eh nicht viele Tricks, die kann Dreh dich und Pfötchen und was kann sie noch, rückwärts gehen, aber die kann auch alles nicht in Perfektion, die apportiert, die rotzt mir dann auch das Dummy dahin, die ist nichts in der Perfektion und sie ist doch ein recht ruhiger Mali, muss ich sagen und genau, man hat ja eben einen Mali, denkt man, oder hat man doch eigentlich nur eine Maschine und nur weil sie, wie gesagt, sich anbieten, unsere Aussies, unsere, ja okay, der Appenzeller und der Entlebucher vielleicht jetzt nicht so und unsere Border Collie und unsere Schäferhunde, nee, müssen wir es trotzdem nicht machen, ist nicht gut, genau, deswegen der kleine Rat noch für uns, okay, somit sind wir dann beim Ende wieder angelangt, genau, einige Sachen, wie gesagt, die habe ich heute angekratzt, wo haben wir jetzt das hier, genau, am 23.1., hatte ich eben, wie gesagt, dieses Bellverhalten, wenn ihr irgendwie so einen Hund habt, der halt viel bellt, Motivation ist natürlich auch so eine Sache, also jetzt nicht, wie motiviere ich meinen Hund, ich muss das auch irgendwie noch den Titel irgendwie verändern, sondern ja eben, mit welcher Motivation macht denn mein Hund irgendwas, mit welcher Motivation bellt der Menschen an, mit welcher Motivation eben läuft der ein Jogger hinterher, also nicht, wie motiviere ich meinen Hund, sondern welcher Beweggrund steckt hinter dem Verhalten meines Hundes. Genau, dann haben wir natürlich noch Entschleunigung, dann auf der einen Seite auch, was wollen unsere Hunde, das ist mir halt immer auch so ein wichtiges Thema, dass wir uns da mal Gedanken machen, was wollen denn eigentlich unsere Hunde und dann habe ich auch noch irgendwie so einen Vortrag aus der Sicht des Hundes, ja, wie sehen denn unsere Hunde irgendwelche Situationen, wie sieht der kleine Hund, wenn ein Großhund auf ihn trifft, wie empfindet euer Hund, wenn er an Hunden einfach vorbeigeführt wird, aus der Sicht des Hundes. Genau, viele, viele unserer Hunde haben ja da wahnsinnige Probleme, auch in Hundebegegnung, ja, aber versetzen wir uns einfach mal in unsere Hunde rein. Genau, und ansonsten, schaue ich jetzt nach, ob noch eine Frage ist. Genau, also wie gesagt, Tina, aus der Sicht, achso, das war deine Frage, guck mal, das habe ich schon beantwortet, obwohl ich das gar nicht gelesen hatte. Genau, also wie gesagt, aus der Sicht der Hunde, da haben wir mal so ein paar Fotos, ja, in Hundehöhe halt einfach auch gemacht, ne, also wirklich, ähm, mal die Welt aus unserer Sicht, mal die Welt aus der Sicht der Hunde, dann wirklich mal, ja, in so einer Kameraeinstellung, wenn uns ein Hund entgegenkommt, wenn uns ein ziehender Hund entgegenkommt, ähm, genau, wenn wir, ja, Unterricht haben und wir verlangen von unserem Hund, dass er durch so eine Gasse geht, wie empfindet da eigentlich der Hund? und dann geht, ist für viele Leute einfach auch so, oh Gott, ja genau, nee, was, 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 was tue ich da eigentlich? Jeder Hund würde eigentlich einen Bogen machen und wir zwingen unsere Hunde da rein zu gehen und, äh, da einfach vorbeizugehen und eben, das ist mir halt mal wichtig, dass wir uns mal in den Hund reinversetzen, weshalb ja, ja, vielleicht mal so ein komisches Verhalten hat. Genau. Okay, ähm, wenn keine Frage mehr ist, wie gesagt, Skript schicke ich euch zu, ähm, äh, Vortrag, also Aufzeichnung schicke ich euch auch zu, und, äh, ansonsten, genau, schaut mal eure Hütehunde ein bisschen anders an. Wie gesagt, aus vielen Gründen können sie gar nichts dafür. Manche Gründe können sie schon was dafür, wie gesagt, wenn sie genau weiß, oh, wie kriege ich jetzt Diana dazu, dass sie mich beachtet, oh, ich renne einfach hinter zu dem Reifen, mal ja auch mal drüber lachen. Also, ich habe wirklich viel gelernt von der Fee, ähm, wirklich auch zu lachen, ne, ja, gar nicht so, das alles so ernst zu nehmen, und, äh, wie gesagt, ähm, sie ist überhaupt nicht der perfekte Mali, wenn dann auch wirklich Leute da sind, auf so Workshops, und die, die gehen Schutz, oder die sind BH-Prüfung, oder, ähm, IPO-Prüfungen, und dann sehen sie mal Mali, und dann, ja, was kann der denn, welche Prüfungen, ja, gar nichts, ähm, ja, aber er liegt jetzt hier neben mir, und, äh, es können Menschen hingehen, und er greift keinen an, und, äh, da, wie gesagt, bin ich halt stolz auch auf sie, und, äh, genau, ähm, da einfach auch mal drüber lachen, über unsere, ich sage das mal ganz bewusst, Tricksäcke, die wir da auch haben, ähm, genau, in diesem Sinne, ich habe ja fünf Fütehunde, ja, da würde ich durchdrehen, ich sage es wirklich, na, wirklich, ich würde durchdrehen, einer langt mir, einer langt mir, und, äh, ich habe auch gesagt, klar, es kommt noch mal ein Mali ins Haus, also eigentlich bin ich kein Rasse-Fan, weil ich habe eigentlich nur die ganzen Mischlinge da, aber es kommt noch mal ein Mali, und, äh, aber fünf, nee, glaube ich, das würde ich nicht, glaube ich, würde ich nicht gucken, da hätte ich gar nicht die Hervor dazu, deswegen bin ich immer so, so froh, wenn ich, es ist halt auch so schön, wenn du die Herdenschutzhunde dabei hast, und du machst halt irgendwie eine Übung, und die soll langsam sein, dann machst du halt das mit den Herdis, und, ähm, genau, und wenn du etwas Schnelles zeigen möchtest, dann bist du halt die Fee, und dann wird es etwas Langsames, und wenn ich einen sehr gestressten Tag habe, dann gehe ich halt einfach mit den zwei Welpen spazieren, und wenn ich so voll dynamisch bin, dann nehme ich halt die Fee mit, und das ist halt dann, so schön, so schön, das ist sehr interessant, Yvonne, ich habe tatsächlich einen Vortrag über Deprivationsschaden, den kann man noch nach, der war letztes, nee, ich war letztes Jahr, ich sage jetzt schon letztes Jahr, ähm, genau, Deprivations, ich habe ganz viele Hunde mit Deprivationsschaden, ähm, aktuell zwei bei mir, im, in der Hundepension, Wahnsinn, was ich von diesen Hunden auch gelernt habe, ähm, genau, hätte ich aber da, wie gesagt, ein, ein Webinar, was man noch in Anführungszeichen nachbuchen könnte, für zehn Euro, genau, mhm, ja, genau, also deswegen habe ich mir auch mal gesagt, ich mache mal einen, einen Vortrag über Deprivation, ähm, Susi Last hat auch einen Vortrag über Deprivation gemacht, ich habe, wie gesagt, jetzt einen Vortrag, habe auch die ganzen Videos vermeiden, in den Deprivations, ähm, Hunden reingemacht, Pia fragt gerade, was ist Deprivationsschaden, das sind Hunde, die, so, also, ähm, eigentlich sind es Hunde, die nichts gelernt haben, sage ich jetzt mal, mangelnde Sozialisation, mangelnde Umweltgewöhnung, oder wenn jetzt der Hund zum Beispiel eben im Shelter war, zwar da auf Hunde geprägt ist, aber jetzt nicht wirklich Menschen gesehen hat, dann kann es halt eben sein, dass er mit Hunden super klarkommt, aber mit Menschen ein Riesenproblem hat, da hatten, haben wir jetzt gerade im Moment zwei Hunde bei uns in der Pension, die mit Hunden gut klarkommen, aber mit Menschen einfach nichts zu tun haben möchten, gehe jetzt mit beiden Gassi, sind beide Leinen dran, wir, wir gehen, wir haben Spaß, also wir werden jeden Tag echt besser, ich habe so einen Spaß an diesen Hunden, macht mega Spaß, aber Deprivationsschaden kann tatsächlich auch ein Hund sein, der in der Stadt aufgewachsen ist, und jetzt aufs Land zieht, oder umgekehrt, ein Hund, der quasi, also jetzt wie meine Landeier, quasi, die halt Wald, Wiesen, ja, nicht so wirklich viel Asphalt, und wenn ich jetzt wirklich in die Stadt ziehen würde, auch das ist ein Deprivationsschaden dann, haben wir auch sehr häufig im Urlaub mit Hunden, wenn die Hunde dann eben in die Stadt reinkommen, und da 14 Tage irgendwo in der Stadt, hatte ich jetzt tatsächlich letztens bei einem Border Collie von mir, die wohnt hier in einem Dorf, da ist er relativ, in Anführungszeichen, unauffällig, ja, er hat manchmal Probleme in der Hundebegegnung, aber relativ unauffällig, die wollte den bei mir in die Pension geben, wie gesagt, ich habe meine normale Hundepension nicht mehr, ich habe nur noch Tierschutzhunde, und die ist dann mit dem nach Hamburg gefahren, weil sie hat gesagt, nee, entweder ich gebe ihn zu Dianen, oder ich gebe ihn nirgendwo hin, der hat ja am dritten Tag abgeschossen, der höchst aggressiv auf alles, also auf alles, Menschen, Hunde, Autos, alles nachhaltend, wo sie jetzt auch zu Hause ist, also wie gesagt, Deprivationsschaden, nicht nur unbedingt immer die Hunde aus dem Tierschutz, die nichts kennengelernt haben, sondern, ja, meine Oma war zum Beispiel, hört man ja vielleicht, ich bin zwar jetzt hier Niederbayern, aber meine Mutter, und mein Vater, die kommen aus Gelsenkirchen, aus Nordrhein-Westfalen, und meine Oma war mitten an der Bahnhofstraße in Gelsenkirchen, und wenn die uns besucht hat, ist die auch in einen Deprivationsschaden reingekommen, also die hat die Ruhe bei uns nicht gepackt, die hat die, dass die keine Menschen hatte, dass die, die Weite, die, den Garten hat die nicht gepackt, die ist bei uns wirklich depressiv geworden, die ist bei uns gereizt geworden, und wir natürlich auch, wenn ich als Kind zu meiner Oma dann 14 Tage über Weihnachten war, ich konnte nicht schlafen, weil es mir einfach viel zu hell war, weil ich die Dunkelheit brauche, etc., also auch das ist Deprivationsschaden, muss man schon sagen. Ja, ganz interessantes Thema, wie gesagt, habe viel da halt einfach auch über Selbsterfahrung, viel über Fehler, sehr viele Fehler, gelernt, mit diesen Hunden, die ich da habe, und wie gesagt, ich bin echt da happy, dass ich, dass ich die halt jeden Tag beobachten darf. Genau, okay, also, wie gesagt, wenn euch ein Thema interessiert, würde ich mich freuen, wenn ihr wieder zuhören wollt, und ansonsten hoffe ich trotzdem, dass ich die Hütehunde ein bisschen näher beibringen konnte, oder näher bringen konnte, oder man einfach sagen kann, ja, okay, jetzt weiß ich, weshalb wenigstens mein Hund dieses Verhalten zeigt. In diesem Sinne, viel, viel, viel Spaß mit euren Hütehunden, und genau, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, und tschüssi.